ja und damit einen guten morgen alle miteinander ich hoffe ihr seid gut durch die woche gekommen ich hoffe euch geht es allen gut und erst mal von meiner seite aus ich habe die woche auf jeden fall genutzt um mich einigermaßen zu entspannen das hat auch weitgehend funktioniert bis zu dem moment an dem eine neue neuigkeit von creative assembly gekommen ist ja was soll ich dazu sagen man ist leider nicht immer seiner selbst oder seiner wie soll ich sagen seines gemütszustandes das hat mich sehr sehr aufgewühlt an der stelle aber bevor ich über all das rede weil ich sehe auch gerade eben manche von euch haben werbung an der stelle an euch in defcon guten morgen rottmar guten morgen feldmarschall sowie waltanu ich sehe auch den hans schön dass ihr da seid ich freue mich euch zu lesen ja ich habe ein paar sachen mit euch zu besprechen und ich weiß jetzt nicht ob ihr alle schon hören könnt einfach mal handmeldung im chat ah hallöchen widdel dann er auch einen guten morgen an dich und ich hoffe du bist ein arbeitsplatz heute gut und stressfrei geregelt hallöchen auch an dhv willkommen ich grüße dich also ich weiß nicht habt ihr gerade eben noch werbung hallöchen mark ich weiß es ja nicht guten morgen auch ein talus springer hallöchen tequila monge danke tequila monge für den wieser halle ist es oder war krass also frühschicht so nennt man das glaube ich umgangssprachlich wobei ich manchmal auch schon gemerkt habe manchmal je nach job oder je nach branche oder wie auch immer manchmal auch frühschicht schon morgens um vier morgens um drei ich glaube das ist ein dehnbarer begriff ab wann frühschicht beginnt aber ich hoffe du kriegst es gut rum das heißt also du hast ja jetzt quasi dadurch schon fast den halben arbeitstag um gar oder sogar noch mehr noch zwei stunden wochenende ist auch gut das ist doch gut dass ich fragen was du arbeitest oder willst du nicht sagen muss nicht sagen nur wenn es für dich okay ist so aber in der zeit noch mal ganz ganz kurz es gibt ein update von der kreis assembly und das hat mich schockiert an der stelle auf der einen seite auf der anderen seite war ich glücklich warum bin ich schockiert denn das was ihr gelesen habt was das ist erstmal der positive teil ich habe bloß noch einen weiteren teil den ich am rande diskutieren darf und den werden wir auch nachher noch kurz diskutieren und der hat mich deswegen schockiert weil der betrifft auch mich der betrifft alle creator hallüchen in so ist hallüchen little du hast noch nichts mitbekommen weil die hv ich noch mal weiter guten morgen ja also ich würde einfach mal sagen wir fangen einfach mal mit diesem offiziellen teil an den ich mit euch diskutieren wollte weil der das ist das hier das ist die meldung von total war das ist am 14 also vor zwei tagen auf total war.com live gegangen eine nachricht des total war leadership teams also quasi derjenigen die was zu sagen haben ich lese vor und werde das ist dann frei übersetzen absatz für absatz für alle die entweder nicht so gut englisch können oder einfach keinen bock haben jetzt gerade eben das ganze hier selber zu lesen erst mal noch mal guten morgen dann gaben und an labias ich grüße dich auch an dich einen schönen guten morgen Dear total war fans also liebe total war fans I am roger cullum vice president of creative assembly and writing on behalf of our total war leadership team also hier spricht ein gewisser roger cullum von dem ich persönlich jetzt noch nie wirklich gehört habe Er ist der vizepräsident von creative assembly also ein ganz ganz hohes tier und er spricht im namen von gesamten Führungsteam von total war It has been a difficult few months and we recognize that we have made mistakes when it comes to our relationship with you all It's been a constant conversation Internally and how we can get back to a solid ground What's clear is that we won't be easy and that it will take time and effort Also er hält fest dass es wohl schwierige monate in letzter zeit gewesen sind und sie haben festgestellt dass sie in dem verhältnis zu uns allen Fehler gemacht haben Das ist auf jeden fall schon mal ein eingeständnis was ich hoffe und auch glaube die meisten gemüter da draußen ein bisschen die ja erhitzt waren wegen dem was mit pharao war was mit 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 shadows of change war das wird auch alles beides nach später noch angesprochen vielleicht sogar was mit den history games war Da gab es ja viele gruppierungen die Sehr sehr unzufrieden waren und sturm gelaufen sind über viele viele monate Und ja das haben sie jetzt wohl erkannt und wohl demnach akzeptiert und betrachten wir verhalten dementsprechend als fehler Und jetzt erstmal auch noch mal einen guten morgen an raguso Morgen an man buto und auch an rudolf dankeschön rudolf den du ist ab im 41 Dankeschön Weiter geht's also sie haben intern massiv darüber Diskutiert und haben versucht war sie wieder auf festen boden zu kommen frei übersetzt also sie haben das also wahrscheinlich sich alles noch mal durchdacht und Haben dann hat neue schlüsse daraus gezogen Und sie wissen auf jeden fall jetzt schon dass es egal was sie machen es wird zeit und mühe benötigen und es wird definitiv nicht leicht werden Und was haben sie vor? Dazu kommen wir gleich noch aber erst mal We see the confusion and the frustration and the distrust of Us across the community and honestly it breaks our hearts also sie erkennen jetzt an und sehen Dass es konfusion also verwirrung gibt frustration und misstrauen über die gesamte total war community und es bricht ihnen das herz schreibt er We make games to bring you joy to inspire a love of history of fantasy and strategy games Also er sieht es so dass sie eigentlich nur freude bringen wollen Natürlich Logischerweise sind sie natürlich auch ein gewinnbringendes unternehmen das muss einem klar sein Aber es ist schon mal ein wichtiges eingeständnis einer firma die computerspiele oder oder spiele in irgendeiner art und weise macht Anzuerkennen dass man Ja dass man halt spiele macht Also dass man halt etwas macht mit dem andere leute halt spielen wollen und deswegen freude haben wollen das ist schon mal eine wichtige erkenntnis weil Bei vielen firmen sage ich jetzt mal die ich immer wieder so erlebt habe Geht dieses verständnis verloren Und das ist natürlich dann meistens eher schädlich denn nützlich So und hallöchen auch an den devil Dankeschön devil für fünf verschenkte subs du bist jetzt bei 740 insgesamt Dankeschön mein lieber ich hoffe dir geht's gut Guten Morgen Guten Morgen auch an Montravan, an Trooper Stack Hrmb Willkommen Leute Lautes Weg Glyphia Grüße Ob ich die Musik bitte leiser machen kann Ja ich kann die Musik ganz ganz kurz mal komplett leise machen So ich habe sie mal kurz mal komplett ausgemacht dann höre ich sie auch nicht mehr Also Das also wie gesagt das hier ist schon mal ein sehr sehr wichtiger Absatz für mich in meinen Augen Weil sie erkennen hier an dass sie halt einfach spiele für fantasy Geschichtsfans und auch für strategie fans machen Wie sie das jetzt letzten Endes wieder machen wollen das steht natürlich noch nicht fest Sie sagen bloß dass es halt Zeit und Mühe brauchen wird um das Ganze jetzt hier zu lösen Dankeschön Rottma Oh dankeschön Rottma Rottma ballert auch nochmal 10 Subs Vielen lieben Dank Rottma Dankeschön 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 So aber ich mache kurz noch weiter weil der Text geht relativ lang Also Total war is our everything We care about it as deeply as you Recently it's clear That we have failed to demonstrate that in our actions Also Im Grunde hat er hier an dieser Stelle sogar doppelt recht Guten Morgen Arkadol Guten Morgen auch in den Steuerwert Weil Naja Soweit ich das mitbekommen habe Hat Sega beschlossen Dass Creative Assembly back to the roots gehen soll Also nicht mehr irgendwelche Sachen machen soll Sowas wie Hyenas oder andere Spiele Sondern dass sie sich voll und ganz jetzt hier auf Total War Strategiespiele konzentrieren soll Und deswegen ist alleine schon faktisch diese Aussage richtig Dass Total War ihr alles ist Weil es das ist was sie tun sollen Was sie schon immer getan haben Und auch weiterhin jetzt wieder tun sollen Vermutlich sogar fast ausschließlich Und er hält nochmal fest Also für sie ist es natürlich genauso wichtig wie für uns Logischerweise weil daran hängen ihre Jobs Ganz nüchtern betrachtet Aber es ist wie gesagt im Zusammenhang mit dem da oben Super Dass sie das jetzt hier wiederum erkannt haben Und ihnen ist auch klar geworden Dass sie in der letzten Zeit Ja darin gescheitert sind In ihren Tun Uns das zu demonstrieren Und jetzt kommt ein ganz ganz wichtiger Satz We are sorry Also das ist Das ist stark in meinen Augen Das habe ich selten von Firmen gesehen Dass die wirklich sagen Es tut uns leid Das ist wirklich etwas Also ich habe den Hut zwar gerade eben nicht auf Und ihr seht mich nicht Aber ich würde jetzt mal den Hut Vor dieser Aussage ziehen Aber natürlich muss man an der Stelle wiederum auch sagen Wir wissen nicht was sie jetzt vorhaben Und auch ich weiß es nicht Selbst der Teil von mir Der euch gewisse Infos nicht sagen darf Weiß das nicht Das kann ich euch jetzt schon mal sagen Also in vielerlei Hinsicht Bin ich da gerade eben auch ein bisschen Auf der großen Fragezeichenstraße unterwegs Also ich weiß es halt teilweise einfach nicht Aber machen wir mal weiter Also ihnen ist auf jeden Fall auch klar Dass sie das nicht alles über Nacht lösen können Aber sie arbeiten daran Dass alles transparenter Und eine bessere Beziehung Mit uns allen irgendwie einzugehen Was schon mal positiv klingt Total War is a big and complex ship to steer Built on decades of knowledge, passion and technology The slow and steady pace we've taken up till now Has benefited us in the past But today we see the need And react faster to help address the challenges That are ahead of us Ja also kurz zusammengefasst Das ist jetzt hier sehr viel Prosa-Text Sag ich jetzt mal Sie wollen das Schiff wieder auf Kurs bringen Das ist im Grunde das Was ich jetzt hier komplett Hier aus diesem Jahr herauslese So let's talk about those challenges And what you can expect From the Total War Warhammer 3 And Total War Pharao going forward Also es gibt hier noch keine Worte Über andere Total Wars Pharao und auch Warhammer 3 Sind ja auch die aktuell von ihnen gepflegten Es gibt natürlich wahnsinnig viele Gerüchte Über irgendwelche Total Wars Die vielleicht kommen, vielleicht nicht kommen Weil sie vielleicht gecancelt wurden Obwohl wir offiziell noch gar nicht wissen Ob sie überhaupt niemals geplant waren Ihr wisst vielleicht Es ist wahnsinnig viele Gerüchte Es gibt auch ein Gerücht Das sich hartnäckig hält Dass es angeblich ein Warhammer 40.000 Total War geben soll Ich setze da nach wie vor ein Fragezeichen ran Bis ich offizielle Infos bekomme Weil solche Gerüchte sind auch manchmal Naja, Selbstläufer Die verbreiten sich von alleine Ohne dass irgendwas dran ist Ich sag nur, seit wie vielen Jahren Ich immer wieder aus der Community höre Der und der hat gesagt Es gibt ein Medieval 3 Wisst ihr, ich würde mich freuen Wenn es ein Medieval 3 geben würde Ich wäre wirklich einer der Ersten Der jubeln würde Aber Das sind jetzt drei Jahre mindestens Wo ich jedes Mal höre Ich habe gehört Nächstes Jahr kommen Medieval 3 Das ist Quatsch Deswegen brauchen wir darüber gar nicht reden Also An der Stelle nochmal Sie reden bis jetzt nur über Warhammer 3 Und über Pharao Und was sich da ändert Über alles andere wissen wir nicht Bescheid Guten Morgen, Rade Gunde Ich grüße dich, mein Lieber Dankeschön für fünf weitere verschenkte Subs Insgesamt 30 schon Danke, danke, danke Vielen lieben Dank, mein Lieber Ich hoffe dir geht's gut So Weiter geht's We have listened to your feedback On Shadows of Change Und das finde ich jetzt hier besonders krass And we know that we failed to meet your expectations Of what a DLC should be To address that We are enhancing our effort for everyone who purchased Shadows of Change With more content and commitment to ensuring that we better meet your expectations going forward Das heißt Im Grunde Und das ist das nächste Was jetzt hier auch schon dran steht Dass sie im Februar 2024 vorhaben Ein Update Für Shadows of Change Also für den letzten DLC zu bringen Bei dem Sie das Spiel Hinsichtlich Shadows of Change Nochmal verändern Das heißt also Sie werden mehr Zeug reinpacken Was genau Wissen wir nicht Ob es mehr Spielmechaniken sind Ob es mehr Einheiten sind Ob es beides ist Ob es ein kompletter Overhaul ist Wir wissen es nicht Wir wissen einfach nur Sie haben vor Und ich meine Hier steht es auch dran Es ist nicht konkret Sie haben vor Shadows of Change Nochmal komplett zu erweitern für uns Damit es Hoffentlich Aus unserer Sicht Und das machen die natürlich jetzt quasi auf eigene Kosten Dann endlich die Den Geschmack Oder die Erwartungen Der Leute entspricht Und das finde ich auch sehr sehr stark Ich finde es vor allem stark Dass sie das tatsächlich finanziell Sogar stemmen können Auf der anderen Seite Vielleicht müssen sie es ja auch Man darf nicht vergessen Sie sind vielleicht zu dem Schluss gekommen Dass sie das jetzt machen müssen Wenn sie weiter existieren wollen Aber Das alles passiert natürlich auch zu einem gewissen Preis Dazu werden wir später auch noch kommen Ich sage bloß Entlassungen CA Ballert tatsächlich Leute raus Im Sinne von Entlassung Und Ich kenne nicht viele Leute Die bei CA arbeiten Aber selbst ich kenne Eine Person Mindestens eine Von der ich weiß Dass sie Gehen muss Und das hat mich Ziemlich schockiert Und das war hart Und es ist auch immer noch Das hat diese Woche so ein bisschen Mir Ja wie soll ich sagen Die Entspannung geraubt Logischerweise Die Grütze verhagelt Nennen wir es wollt Aber das war eine harte Info Guten Morgen Phoenix Guten Morgen Bitterholz Ein DLC für ein DLC Nee nicht wirklich ein DLC für ein DLC Steuerberater Es ist ja kostenlos Ein DLC Also ja gut Die DLC heißt erstmal Download Content Aber ja Es ist eine kostenlose Überarbeitung Ich meine Im Grunde kennen wir das ja ohnehin Auch schon von Total Warhammer Dass die Solche Überarbeitungen machen Und Also bei den verschiedenen Fraktionen Und hier machen sie es halt mal Direkt von DLC Damit der Besser wird Ich bin gespannt Wie sie es machen Was allerdings auch klar sein muss An der Stelle ist Leute Und das kommt jetzt hier unten Ja Dass dadurch natürlich Thrones of Decay Also das neue Update Für Warhammer 3 Wo es dann sich vielleicht auch ein bisschen Um Ja Kugas gekümmert worden wäre Das verschiebt sich dann natürlich Es kommt jetzt nicht mehr im Winter 23 Was jetzt wahrscheinlich so im Januar Ende Dezember gewesen wäre Sondern es kommt jetzt erst im April Also eine vierteljährliche Verschiebung Logischerweise Weil darum muss ich erstmal gekümmert werden Guten Morgen an Ticross Willkommen auch an Instatum Willkommen Willkommen Genau Du hoffst, dass sie wirklich daraus gelernt haben Das hoffe ich auch Das ist halt auch genau das Was ich hoffe Es wird die Zeit zeigen Niemand weiß es Ich würde sogar fast behaupten Sie selber Wissen es auch nicht alle Dankeschön übrigens an Freddy Cool Für das Verlängerung Des Geschenkabos Und Dankeschön auch an Insus Insus Black Dankeschön auch an dich Für 10 Abos Insgesamt 25 schon verschenkt Dankeschön 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 Leute Also hier meldet sich auch tatsächlich Der Game Director Rich Aldrich Zu Wort Den ich persönlich auf der Gamescom Treffen durfte Der das ganze letzten Endes Dann hier Also der wird sich dann Bei uns melden Wahrscheinlich auch In einem Statement Wie das genau dann aussehen wird So Aber direkt mal hier weiter mit Thrones of Decay We also have more work to do On Thrones of Decay Also ihr seht auch schon Wahrscheinlich wäre Thrones of Decay Das kann man hier zwischen den Zeilen Rauslesen Auch nicht so geil geworden Hätten sie jetzt nicht intern Das alles nochmal revisioniert Und deswegen Schlagen sie jetzt wohl Einen anderen Pfad ein Als ursprünglich geplant To make sure that we won't repeat Our past mistakes And to give you the amount of content You rightly expect from us At this price points Ihr seht also Es geht aber auch darum Dass sie wahrscheinlich festhalten At this price points Ich interpretiere das so Die Preise werden so hoch bleiben Aber sie versuchen es jetzt Mehr so zu machen Dass es sich für uns auch nach Es ist es wert anfühlt Ist meine Interpretation Kann natürlich auch sein Dass die Preise sich ändern Vielleicht gehen sie runter Vielleicht bleiben sie so Ich bezweifle dass sie sie erhöhen Aber wissen können wir es nicht Guten Morgen Kavias Wissen können wir es nicht Aber sie versuchen es auf jeden Fall Jetzt so hinzubekommen Dass es sich für uns so anfühlt Dass es das Geld wert ist So lese ich das hier raus So und auf den guten Morgen Jezebel Instaten meint Wenn der Preis gleich bleibt Aber dafür sehr guter Content kommt Dann finde ich es gerechtfertigt Je nachdem was kommt Das sehe ich auch so Aber das Problem ist Und ich glaube du stimmst mir dazu Und wahrscheinlich die meisten von euch auch Dass guter Content natürlich eine individuelle Wahrnehmung ist Also manch einer würde sich Also ich habe schon so Stimmen gehört Dass man eine Mini Kampagne cool finden würde So wie es früher bei den Beastmen der Fall gewesen ist In Warhammer 1 Trifft überhaupt nicht meinen Geschmack Also ich bin jemand Ich will gar keine Billo Einzelkampagne Die einen Haufen Entwicklungszeit frisst Die ich einmal Wenn überhaupt spiele Und dann sowieso wieder Die große Kampagne spiele Das ist aber nur meine Meinung Natürlich gibt es Leute Die sagen Und das ist völlig in Ordnung Und das ist absolut gerechtfertigt Die sagen Ich interessiere mich Nicht für die große Kampagne Weil ich habe gar nicht die Zeit dazu Ich spiele lieber quasi eine kleine Und dann bin ich zufrieden Das ist total individuell Genau Man kann es nicht jedem recht machen Richtig Das ist genau der springende Punkt Ja Aber Ich sage es mal so Das habe ich euch in der Vergangenheit Er hat ja schon mal gesagt Ich gehe ganz stark davon aus Dass CA Diese ganzen Statistiken Die sie durch Steam sammeln Ja Dass die halt wissen Was die Leute am ehesten daddeln Was die Leute am ehesten spielen Und dass danach sich natürlich auch So ein bisschen der Content richtet Logischerweise Das ist eine völlig normale Unternehmensstrategische Entscheidung So Aber weiter geht es Once we have launched Our free update Of Shadows of Change We talk more about What this next DLC will offer And how it will add To your experiences Of warmer free Also noch werden sie nicht sagen Um was es geht Erst nachdem Shadows of Change Am Februar wohl kommt Der kann sich aber noch verschieben Das haben sie oben auch noch geschrieben Also es kann sein Dass sich das auch noch verschiebt Ich glaube das ist bis jetzt mit Februar Nur eine grobe Schätzung So We'll make sure That you know exactly What's coming In Thrones of Decay Before pre-orders are available And make sure That you have full transparency Around the content Before you see Buy now buttons Also ihnen ist es jetzt auch wichtig Dass es dann Uns allen klar ist Was wird drin sein In den nächsten DLCs Bevor jemand irgendwie Was vorbestellen kann Das ist dann halt auch wiederum Ein Teil Wo ich gespannt bin Wie sie das machen wollen Ob Leute wie ich Als Content Creator Darin involviert sind Bis jetzt war es ja weitgehend so Wobei ich auch an der Stelle Sagen muss Das war dann auch immer wieder Natürlich eine coole Sache Diesen ganzen Kram Vorher zeigen zu können Auf der anderen Seite War es aber auch immer wieder stressig Weil diese Informationen Unglaublich kurzfristig Immer gekommen sind Unglaublich kurzfristig Also ihr müsst euch so vorstellen Du bekommst Um 11, 12, 13 Uhr Plötzlich Videomaterial Das du noch runterladen musst Oder Bildmaterial Das du sichten musst Eine Wall of Text Von mehreren DIN A4 Seiten Und sagst Ja morgen Morgen kannst du ein Video Darüber machen Und dann denkst du dir halt Und Das ist jetzt aber nichts Was jetzt alleine CA angeht Das ist in der Gaming Branche Total üblich Das bekomme ich von allen Seiten Auch von Paradox Und auch von anderen Spiele Schmieden Deren Namen ich jetzt nicht nenne Weil ich nicht regelmäßig Mit denen zusammenarbeite Aber Das ist halt auch einer der Gründe Warum mein Job Für mich so mega stressig geworden ist Du willst eigentlich streamen Montagabend zum Beispiel Du willst streamen Und deswegen habe ich auch gesagt Ich habe wahnsinnig Stress gehabt Damit unter der Woche zu streamen Beziehungsweise jetzt solche Videos zu machen Weil Plötzlich kommt dann so ein Ding Und du heißt Ja super In drei Stunden streame ich Wie soll ich jetzt noch ein Video machen Und das war Für mich dann meistens immer so Ich glaube das ist auch einer der Gründe gewesen Warum ich in den Burnout gerutscht bin Nicht alleine Aber mit einer der Gründe Mit einer der Gründe Arka Duhlmein fühlt sich an Wie bei uns im Unternehmen Die HV meint noch Sollen sie lieber ihre Ressourcen In Einheiten, Völker und coolen Mechaniken investieren Statt so kleine Kampagnen zu machen Das sehe ich auch so Die HV Aber wie wir gerade eben schon festgehalten haben Die Meinungen gehen auseinander Ich zum Beispiel Verstehe bis heute nicht Warum sie diese Chaos Kampagne gemacht hatten Weil wir ja alle glaube ich wissen Die meisten haben die nur ein oder zweimal gespielt Wenn überhaupt Insta hat meint Wäre interessant Wenn man das DLC Keine Ahnung Eine Stunde anspielen kann Und dann überlegen kann Ob man es sich kauft Oder gleich Oder nicht Nachdem wie es ihnen gefallen hat Keine Ahnung Also du meinst quasi So eine Art Anspielen Das wird wahrscheinlich Tendenziell nicht passieren Aber Sowas wie eine Demo Ja ich glaube Demos Ich weiß von anderen Entwicklern Also ich weiß Ich weiß es jetzt nicht von CA Aber Demos Sollen unfassbar Fucking aufwendig sein Also das soll Unglaublich schwer sein Es ist nicht so Dass du einfach so ein Stück Von einem Spiel Rausschneiden kannst Habe ich mir sagen lassen Und daraus kurz mal eine Demo machst Sondern das Das ist ein strenger Als man meint Hallöchen Plank you very much Schönen guten Morgen Also Weiter geht es allerdings After Thrones of Decay Releases This will reveal What the next series Of content For Total War Warmer 3 Looks like Our work On this beloved series Isn't finished yet Also sie Bekennen sich jetzt Hier letzten Endes Zu Warmer 3 Sie haben vor Es weiter zu begleiten Es weiter mit Content zu versorgen Aber sie werden jetzt Erstmal Thrones of Decay Releasen Was wir jetzt ja wissen Wo frühestens April kommen soll Und danach erfahren wir Wie es weiter geht Mehr wissen wir an der Stelle Noch nicht Since 4.0 Went live We've changed How we approach Making updates On the game Releasing 10 hotfixes As well as patch 4.1 All targeting issues That we've seen Emerging After each Subsequent update Kurz zusammengefasst Das war aber auch bitter nötig Also sie sprechen jetzt hier darüber Dass sie nach dem patch 4.0 Regelmäßigere updates gebracht haben Hotfixes 10 Stück an der Zahl Und sogar den patch 4.1 Gebracht haben Und damit quasi ihre Art und Weise Geändert haben Mit dem sie Ja Mit dem Spiel umgegangen sind Und wie sie es gepatcht haben Aber wie gesagt Das war in meinen Augen Auch absolut notwendig Denn es war katastrophal In welchem Zustand Manchmal das Spiel Also eine Zeit lang Sich befunden hat Und dass manchmal Ein Patch Wie 4.1 Oder auch 4.0 Und auch schon davor Teilweise Bugs Ins Spiel reingebracht haben Teilweise Game Breaking Ich sag mal nur Nakai Und Ja Also der dann keine Kroxigore rekrutieren konnte Und Du monatelang Im Grunde Das nicht spielen kannst Das war schon Also es sei denn Man hat sich eine unfreiwillige Challenge auferlegt Aber Das war in meinen Augen Absolut notwendig Und ich find's aber auch Trotzdem gut Dass sie das jetzt auch Verstanden zu haben Scheinen Hoffen wir mal Dass es so bleibt Das hab ich auch nicht Verstanden Mein DHV Warum die immer so lange Gebraucht haben Um so lange Bugs Zu beheben Interne Abläufe Ähm Ich weiß Dass sie bei CA Wahnsinnig viel Intern gerade eben Geändert haben Und immer noch ändern Und dadurch natürlich auch Leute entlassen werden Also die haben einfach Ganz viele Abläufe gehabt Die Ich glaube es war ganz viel Auf Hygienas zugeschnitten Es kann aber auch sein Dass sie auf andere Sachen Zugeschnitten waren Ähm Wir wissen's nicht Wir Also Aber gut möglich Dass es dann doch sehr viel Auf Hygienas zugeschnitten war Man muss an der Stelle dazu sagen Also ich zum Beispiel Hatte bis Bis zur Gamescom Kaum von Hygienas gehört Ich hatte erst ganz kurz Vor der Gamescom Überhaupt von Hygienas gehört Und Ähm Das war sowieso für mich Ein ganz ganz komisches Ding Also ich hab's auch nicht verstanden Warum die Einen Shooter gemacht haben Aber wie gesagt Das wollte Sega Und das wollte nicht Äh Glaub ich CA Beziehungsweise Wir Also Wir wissen nicht Ob CA das auch wollte Ich kann mir schon vorstellen Dass manche Leute Es irgendwie cool gefunden haben Es gibt natürlich unterschiedliche Stimmen Das sind natürlich auch wieder Nur Gerüchte Von ehemaligen Mitarbeitern Die irgendwie Hygienas doof fanden Und so Klar Behaupten kann das jeder Vor allem Wenn du mit Community redest Die ohnehin schon Auf Hygienas rumhauen Das muss man jetzt mal versuchen Neutral zu sehen Für mich bleibt einfach Nur an der Stelle Ich hab sehr sehr wenig Über Hygienas gewusst Ich kann mir nur vorstellen Dass vielleicht ganz ganz viel In Hygienas geflossen ist Alleine deswegen Weil halt auch schon So viel Geld da reingeflossen war Über all die Jahre Und das deswegen Vielleicht einfach Auch die Ressourcen Die für andere Spiele Hier waren Da reingeflossen Ist aber nur eine reine Vermutung Da könnten die englischsprachigen Kollegen recht haben Aber wir werden nie 100%ig erfahren Ob es wirklich stimmt So Weil wir die offiziellen Informationen nicht bekommen werden So weiter geht's Ihr seht, sie wollen das also weitermachen Mit den Hotfixes Was eine großartige Information ist We can't Also vor allem möchte ich das an dieser Stelle Mal deswegen sagen Weil ich nochmal betonen möchte Ihr erinnert euch vielleicht Als Warmer 3 rausgekommen ist Im Februar letzten Jahres Und ich euch damals Immer wieder gesagt habe Wie viele Bugs Und andere Sachen Auch Feedback Ich an CA Reportet habe Und teilweise bis heute Nicht gesehen habe Dass diese Dinger Gefixt worden sind Manche Sachen Sind bis heute Nicht gefixt worden Und ich habe mich dann Irgendwann mal selber auch Gefragt Sag mal Warum Schreibe ich eigentlich Diese Feedbackberichte Wenn ich das Gefühl habe Dass die nicht Gelesen werden Vielleicht wurden sie ja gelesen Aber dann wurden sie Zumindest nicht Als Hauptproblem anerkannt Und das ist so eine Sache Wo ich immer wieder Den Kopf schütteln musste Und das war auch einer der Teile Wo ich frustriert war Und ich bin einfach nur froh Dass sie jetzt endlich mal was machen Denn man darf ja nicht vergessen Dass es bis zum Release von Immortal Empires Kaum ein Update gegeben hatte Kaum Und all das nicht adressiert wurde Aber wenigstens Feedback zum Feedback geben Du musst es dir so vorstellen Du sitzt in einem Gang Ähnlich wie im Warteraum Zum Arzt Oder sonst irgendwie Und dann darfst du hin und wieder mal Klopfst du an An so eine Tür Und dann geht so ein Sichtschlitz auf Du siehst aber nicht mal ein Auge Oder so Oder vielleicht Wenn du Glück hast Siehst du Augenpaare Und dann sagst du ganz ganz kurz Dein Feedback Und dann kommt Wenn du Glück hast Ein Danke Das kannst du dir so vorstellen Wie so ein Daumen nach oben In einem Chat oder sowas In der Art und Weise Manchmal aber auch gar nicht Manchmal wird auch ein bisschen Was geantwortet So nach dem Motto So ah ja 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 Das gebe ich weiter Und dann geht dieser Sichtschlitz Wieder zu Und du hörst nie wieder was davon So kannst du dir die Situation Aus meiner Sicht vorstellen Ihr könnt euch vielleicht vorstellen Wie frustrierend das sein kann Wenn du da monatelang Auf diesem Gang sitzt In dieser Metapher Und nie erfährst Was abgeht Und dann hat man aber Auf der anderen Seite Auch noch die Community Also euch Die sich dann irgendwann mal fragen Ja bewirkt der Mörb hier irgendwas Und das ist natürlich auch etwas Was in meinem Kopf vor sich geht Weil ich mir halt immer wieder sage Ey ich gebe mir echt Mühe Ich reiße mir den Arsch auf Und ich kann in keine Richtung Irgendwie was kommunizieren Das ist auch einer der Gründe Warum mein Stress Nach oben geschossen ist Hallöchen Terrorcouts Guten Morgen Hallöchen auch in Friedrich Hallöchen Otis Schön dass ihr da seid Und Hallöchen auch in Legion Also Na Ich rede es halt auch mal So ein bisschen jetzt hier Frei von der Leber Was das angeht War ich teilweise frustriert Aber du kannst diese Frustration Natürlich auch im Stream Nicht Offen Tun Ich will das auch nicht Weil ich will ja eigentlich Dass wir hier gemeinsam Spaß haben Uns nicht ständig aufregen müssen Klar hin und wieder mal Ein ernstes Gespräch führen Aber das ist ja was anderes Ich bin nicht der Typ der Ständig rantet oder sowas Das ist überhaupt nicht mein Ziel Ich will ja Entspannt Und gute Laune Haben Und gute Laune verbreiten Aber trotzdem hat man dann Manchmal solche Phasen Wo man sich so denkt So Warum Aber wie gesagt Zurück zum eigentlichen Thema Sie wollen das jetzt wohl ändern Und mit weiteren Ja Also mit einer regelmäßigen Kadenz Patches bringen Finde ich gut We can't commit To a fixed number of updates Each month But as well Ultimately release This based on the content That we are building And it The issue is We see you raised That you need Our attention Also sie können nicht festhalten Wie viele sie machen pro Monat Aber sie wollen wohl das machen Was am wichtigsten ist However Over these last few months We've released a game update Roughly every two weeks And where we can We'd like to stick to that Through 2024 Ja sie versuchen jetzt also Weiterhin es so durchzuführen Wie sie es in den letzten Monaten Gemacht haben Hoffen wir mal dass es stimmt Und jetzt kommt's Total War Pharao Freunde Total War Pharao Erhält einen Nachträglichen Preisnachlass Wenn ihr es auf Steam Gekauft habt Werdet ihr irgendwie Automatisch bekommen Ich weiß nicht wie Steam Das macht Steam wird Entweder euch das Geld Auf euer Steam Konto Überschreiben Das ist das Keine Ahnung Ich besitze sowas nicht Irgendwo Irgendwo gibt es so ein Steam Konto Und Ja Nehme ich mal an Oder ihr bekommt das Geld Direkt I don't know Da erfahrt ihr wahrscheinlich Sogar mehr als ich Weil ich hab's nicht Auf Steam bekommen Ich hab ja den Key Direkt von CA bekommen Oben rechts normalerweise Okay der will Danke Müsst ihr mal drauf achten Und wenn ihr es bei einem Shop gekauft habt Wie zum Beispiel bei Gamesplanet Müsst ihr eventuell Gamesplanet Anschreiben Ich weiß nicht wie die das machen Hab ich keine Info zu Weder von CA Noch von Gamesplanet Ich weiß nur Dass Gamesplanet auch auf der Liste Der Shops steht Die ein offizieller Shop sind Und dementsprechend wohl Davon auch betroffen sind So Darüber hinaus Haben sie wohl auch vor Irgendwie Auch einige Sachen Komplett anders zu machen In Zukunft mit Faro Es ist auch so Dass Wo das nächste Update Von Faro The next Update In what we originally Our first paid DLC Will release Early 2024 Als free update Also sie machen bei Faro Jetzt tatsächlich Das erste DLC Wird ein kostenloses Update sein Also sie senken Nicht nur den Preis Sondern das nächste Update Von dem wir ausgehen können Dass es auch wahrscheinlich Um die 20 Euro gekostet hätte Wird sogar wiederum Ein kostenloses Update sein Was ich krass finde Guten Morgen Turnial Willkommen For everyone who owns our game Also es ist egal Welche Edition du gekauft hast Jeder Was sie auch übrigens gemacht haben Ist die teuerste Edition Haben sie wohl aus dem Shop genommen Oder wollen sie noch aus dem Shop nehmen Das ist auch eine wichtige Information Also die haben gemerkt Dass Total War Faro Sehr viel Unmut Natürlich auch ausgelöst hat Das haben wir alle gemerkt Und Sie wollen glaube ich Jetzt ein bisschen beweisen Dass sie nicht so Cash grabby sind Nicht so geldgierig sind Wie man es eventuell Ihnen nachsagt Oder nachgesagt hat Was Aus der Sicht von CA Hoffentlich aufhört Wir werden sehen Hängt natürlich auch ein bisschen Von ihrem Verhalten ab Ob quasi hinter den Worten Die sie jetzt hier schreiben Auch Substanz steckt Hier zum Beispiel Ihr seht Wir haben jetzt hier Die Dynasty Edition Entfernt Aus dem Shop An dieser Stelle Sei das mal Noch mal erwähnt Ja Und ansonsten Ja So viel steht da jetzt hier Definitiv nicht mehr drin Das ist jede Menge Prosa-Text Jede Menge Bekennungen Und so weiter Und so fort Dass sie sich jetzt halt Ändern wollen Das ist jetzt momentan Der Stand der Dinge Ihr könnt es euch auch gerne Selbst durchlesen Ihr findet es Bei TotalWar.com Oder Jetzt hier im Chat Ich werde es auch Bei Merp Uncut Unten in die Videobeschreibung Reinballern Aber Das ist noch nicht alles Ähm Ich habe extra noch mal Nachgefragt Ob ich darüber reden darf Und ja Ich darf darüber reden Ähm Jetzt kommt der Teil Der mir persönlich Auch ein bisschen Die Grütze verhagelt hat Ich hänge nämlich jetzt Auch ein bisschen In der Luft Was TotalWar angeht Ihr wisst Ich bin einer von Zwei deutschen Content Creatoren Die In der höchsten Partnerstufe von CA sind Oder sollte ich besser sagen Waren Denn Ja also Es ist jetzt nicht so Dass es mich alleine betrifft Nein das ist überhaupt nicht Alle hängen jetzt in der Luft Alle Jeder einzelne Denn CA fährt aufgrund dessen Was sie jetzt hier Auch angekündigt haben Und was sie intern Gerade eben Für Veränderungen durchführen Fahren sie auch Das Also nicht dauerhaft Aber fürs Erste Das Content Creator Programm runter Das wird komplett aufgelöst Und Angeblich ein neues Aufgesetzt Aber Who knows Niemand weiß Was es Wird Wann es exakt Kommt Was das für euch Bedeutet Erst recht was das für mich Oder für Günner Oder für andere Creator bedeutet Niemand weiß es Und Das finde ich sehr sehr traurig Das hat mich persönlich Bestürzt Klar Nicht ich bin entlassen worden Im Sinne von Aber es ist trotzdem schlimm Fühlt sich scheiße an Wenn du das erfährst Muss man einfach mal sacken lassen Und Ich persönlich hoffe Dass diese betreffende Person Wieder Fuß fasst Und Einen guten Job bekommt Diese Person wünscht sich Weiterhin einen Job In der Gaming Industrie zu haben Ich hoffe das klappt Meine persönliche Sicht Der Dinge Ja Was soll man dazu sagen Also es gibt einiges An positiven Nachrichten Es gibt ein paar Negativen Nachrichten Und es gibt eine ganze Menge Nachrichten Bei der Nach wie vor Noch so Ganz viele Fragezeichen Daran stehen Vor allem wenn es um Die Details geht Was Den zukünftigen Plan Für Total War aussieht Und das zu Weihnachten Meint Ja Oder Das zu Weihnachten Und in dem Moment Wenn jemand auch noch Burnout hat Na gut auf der anderen Seite Jetzt machen wir erstmal wieder Musik an Zu Weihnachten ist natürlich Wirklich der unnötige Scheiß Das ist absolut richtig Guten Morgen Tycross Guten Morgen Josch Guten Morgen auch in Zolostius Und Trislu Hallüchen auch in Darth Nihilius Das muss doch eine finanzielle Katastrophe Für die sein Fragt Klief hier Schwer zu sagen Aber Wie auch schon Trislu sagt Langfristig wird sich das wohl lohnen Wenn die das Vertrauen zurückgewinnen Insbesondere für zukünftige Addons Oder Spiele Richtig Und das ist halt der Teil Wo man halt auch einfach sagen muss Da müssen sie jetzt einmal wirklich Also das ist gut Dass sie da langfristig denken Ich kenne auch Unternehmer Oder Unternehmen in meiner Vergangenheit Von denen man halt immer wieder gehört hat Die hätten halt auch in solchen Situationen Ihren Laden dicht gemacht Also es gibt ja auch Leute Die einfach sagen Ja ne dann nehme ich das Restgeld Was ich habe Und beende jetzt hier mein Unternehmen Also an der Stelle Muss man auch einfach mal sagen Es ist eine äußerst positive Entwicklung Und ein äußerst positives Unternehmerbild Was wir jetzt hier momentan noch erleben Im Vergleich zu Also es ist nicht das Ideale Aber es ist im Vergleich zu dem Was wir in den letzten Monaten erlebt haben Ich sag mal nur Ähm The day before Habt ihr vielleicht auch mitbekommen Der riesen Scam Das ist das Gegenteil Das ist das maximal Negative Im Gegenteil dazu ist CA Hier definitiv jetzt vorbildlich In meinen Augen Vorausgesetzt Sie machen auch wirklich das Was sie jetzt hier angekündigt haben Auch wenn sie natürlich jetzt hier Nicht konkret wurden In den meisten Punkten Aber Man kann hoffen Sie haben es verstanden Weil Sind wir mal ehrlich Wenn sie es jetzt nochmal verkacken Nach dieser Ankündigung Dann Wird das Vertrauen Nachhaltig beschädigt sein Und das Glaube ich Und hoffe ich Dass sie das wissen Dass sie sich das nicht leisten können Ähm Die AV meint Aber sie mussten was machen Bevor sie das Ganze an die Wand fahren Weil die letzten Monate Haben sie sehr viel Vertrauen verloren Das ist richtig Genau das meine ich Und jetzt müssen sie nach dieser Ankündigung Definitiv zeigen Dass sie es nicht nur schreiben Sondern auch machen Jezebel meint Ja aber die haben nicht wirklich geschlossen Sondern nur einen alten Namen wieder angenommen Das ist auch richtig Jezebel Aber Nach allem was ich jetzt hier Von der guten Natascha Die übrigens wieder da ist Äh In den News von der Gamestar mitbekommen habe Es scheint die gesamte Fantastic Firma Sowieso bloß eine Briefkastenfirma In Äh In Fernost gewesen zu sein Und gar nicht wirklich Ein echtes Büro zu haben Ähm Also Das ist echt heftig Hans meint Also die Publisher haben Äh Die halt zwei Ressourcen Geld und Gutwillen der Community Da der Gutwillen auch das Einkommen erhöht Haben sie sich entschieden Den Gutwillen auf Kosten von Geld zu retten Richtig Genau Hans Und weil dann mehr Gutwill Wiederum am Ende Langfristig zu mehr Geld führt Genau Das ist eine logische Entscheidung Letzten Endes Müssen wir einfach mal von der Seite so sehen Natürlich schicken sie menschliche Worte Den Prosa Text Den ich gemeint habe Aber Sehen wir mal Wie es Hans gesagt hat Mal Denken wir mal logisch darüber nach Am Ende wird Quasi unsere Zufriedenheit Sich für sie wiederum In bares Geld ummünzen Und Ich meine Der geilste Kunde Den du Haben kannst Ist der Der sagt Shut up and take my money Das ist das Was du als Firma willst Wenn der Kunde einfach begeistert Sein Geld auf den Tisch knallt Das ist der Beste Kunde Den du haben kannst Und Den haben sie halt zur Zeit Nicht mehr so wirklich Oder hatten ihn nicht mehr Und hoffen Dass sie ihn jetzt hier wieder zurückbekommen Guten Morgen Gawain Ich grüße dich Genau darüber reden wir gerade noch Gawain Über CA und so weiter und so fort Kurz zusammengefasst Viele Bekenntnisse Eine große Entschuldigung Wie ich sie selten von einer Firma gesehen habe Und Jetzt die Hoffnung für unsere Seite Dass CA wirklich die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat An dem Punkt sind wir jetzt Jezebel Ja Mein Bruder war echt enttäuscht Hatte sich so auf das Game gefreut Du meinst auf The Day Before An der Stelle möchte ich mal Eine kleine Anekdote raushauen Ich habe vor über 10 Jahren Bin ich auch mal auf so ein Spiel reingefallen Und ich fand es total faszinierend Dass es auch ein Zombiespiel war Ich hatte vor Oh Gott Das habe ich sogar glaube ich Zu meinem 30. Geburtstag Von meiner Frau bekommen Ich glaube es war der 30. Geburtstag Da gab es auch mal so ein Zombiespiel Ich weiß nur nicht mehr wie es heißt Und das war auch Also nicht ganz die gleiche Geschichte Aber es war auch ein unglaublich grottiges Game am Ende Und ich wollte damals eigentlich eine Community dazu aufziehen Weil ich hatte meine alte Community Für Warhammer Online Age of Reckoning Gerade eben im Grunde beerdigt Und dann war das Spiel halt einfach Ne ne nicht H1Z1 Ich weiß überhaupt nicht wie es hieß Aber es hieß definitiv nicht so Das hat auch nicht mehr lange existiert Das war auch nicht auf Steam Das war ein eigener Launcher Man konnte damals auch Direkt vor Release Schon irgendwie Sich einen Privatserver mieten Für eine gewisse Zeit Und das habe ich direkt gemacht Also das war direkt in diesem Geburtstags Bundle dabei Was meine Frau mir da gekauft hat Und ich hatte es wirklich dann nur zwei Tage gespielt Und es war einfach nur scheiße Der Geburtsreise ist immer so Ne ne Klüffia Ihr wisst, dass ich 43 bin Ich erzähle nicht irgendwie so eine Story Von wegen Ich bin 17 Oder am nächsten Tag bin ich 29 Oder so Ne nicht Hellgate London Hellgate London nicht Ne ne In Hellgate London war es definitiv nicht Also ich rede auch von einem Spiel Das im Grunde ein ähnliches Gameplay Wie zum Beispiel DayZ hatte Oder ein ähnliches Gameplay hatte Wie jetzt dieses The Day Before So Hallöchen auch ein Fleischwurstbude Grüße dich Guten Morgen auch ein Miraculous Genau Und der Patch Also der Patch Für Den DLC Also für Shadows of Change Dass der verändert wird Der kommt im Februar Guten Morgen auch ein NWN Zocker Ich fürchte nur Dass Pharoah damit beerdigt ist Und dass es keine DLCs geben wird Das weiß halt absolut leider keiner Trislo meint Er hat gehört Dass es wohl weitere DLCs Finden Angebunden sein sollen Wir werden sehen Also man muss an dieser Stelle dazu sagen Ne Wir reden jetzt hier halt auch Von zwei verschiedenen Teams Leider hat sich CA halt auch nicht Wirklich in die Karten gucken lassen Und hat auch nicht gesagt Wie viel Von dem was sie jetzt da gesagt haben Betrifft England Und wie viel davon betrifft Das rumänische Studio Und Pharoah wird ja vom rumänischen Studio gemacht Und Wir wissen halt überhaupt nicht Was da abgeht Wir wissen auch nicht Wo die großen Entlassungen sind Das einzige was ich halt einfach weiß Ist dass sie halt Leute entlassen haben Ich nehme an Dass es dabei um redundante Aufgaben geht Ähm Und das war eine Erbung Ein Placement Was ich bekommen habe Wir spielen Warhammer 40.000 Rogue Trader Morgen Mittag Am Sonntag Den 17. Und Ich fand es jetzt Also jetzt wo es deutsch ist Überraschend angenehm Es war immer noch ein Arsch vom Text Aber ich fand es als überraschend angenehm Es zu spielen Und auch gar nicht mehr so kompliziert Also es war deutlich spielbarer Als damals noch Als wir diese englische Demo hatten Die war Die war sehr anstrengend Sag ich jetzt mal Die habe ich nicht lange durchgehalten Im reinen Englischen Aber Rogue Trader spielen wir morgen Und falls ihr übrigens Leute Das nochmal ganz ganz kurz Mal ein bisschen Hashtag Werbung an der Stelle Auch natürlich für die Leute auf Mörb Uncut Wenn ihr mal in die Videobeschreibung guckt Beziehungsweise ihr Ausrufzeichen Rabatt in den Chat macht Ich habe sowohl für Rogue Trader Als auch für Pioneers of Pagonia Noch einen Rabattcode für euch Falls ihr zu Weihnachten Oder über das neue Jahr Noch was zum Dadeln sucht So Eine letzte Sache Bevor wir mit dem Spielen anfangen Und ihr könnt euch in der Zwischenzeit Schon mal überlegen Was wollen wir denn heute spielen Denn aus meiner Sicht Sind wir mit Kilostra durch Wir haben einen kurzen Sieger rum Ich hatte Im Laufe der Woche Am Montag war es glaube ich sogar Einen anderen Dachdecker im Haus Ich habe seitdem Keine nasse Wand mehr Ihr werdet es nicht glauben Seit Februar Struggeln ich und meine Familie damit Dass wir In diesen Dachfenster Kommt das Wasser rein Und die ursprüngliche Dachfirma Die unser Dach gemacht hat Hat nicht herausgefunden Woher Ein anderer Dachdecker Der dieses Dach Nicht gemacht haben kann Der nichts damit zu tun hat Hat sich das Dach Kurz mal angeguckt Starrte Zwei Minuten lang Das Dach Ich habe wirklich gesehen Ich stand vor ihm Dass er konzentriert Die Sachen abgeguckt hat Machte dann Vom Dachfenster aus Einen Ziegel weg Einen einzigen Ziegel Und meinte Also ich weiß nicht Ob Dachdecker unter euch sind Wenn du ein Dachfenster einbaust So ein modernes Dann haben die So unten links Und unten rechts So eine Metallplatte Ich weiß nicht mal Wie das heißt Und der hat gemeint Ah das habe ich mir gedacht Das Ding muss gebogen sein Das war einfach komplett gerade Dann hat er direkt erklärt Sehen sie da Über dieses Ding Läuft das Wasser Irgendwie drüber runter Und es muss gebogen sein Und muss das Wasser Wieder zurückführen Auf Auf die Dachplatte Auf die Dachziegel Und das kann es nicht Weil es nicht gebogen wurde Das haben die falsch eingebaut Der biegt mit der Hand Dieses Metall Und seitdem Selbst am stärksten Regen Ist meine Wand trocken Ich weiß nicht Was ich dazu noch sagen soll Außer es gibt also Doch noch Handwerker Die Ahnung haben Natürlich habe ich trotzdem Einen riesigen Schaden Leute Und der wird sich jetzt Erst mit der Zeit zeigen Aber das Wichtige ist Es läuft kein Wasser mehr rein Das ist einfach nicht zu glauben Die sind selten Weil alle studieren Das ist richtig Das ist richtig instant Ich bin inzwischen auch der Meinung Studieren ist etwas Was man nicht mehr unbedingt Per se tun sollte Also inzwischen bin ich auch Jemand der sagt Der Also es wäre besser gewesen Ich hätte vielleicht Einen handwerklichen Beruf gelernt Dann hätte ich vielleicht Weniger Probleme Ich könnte Sachen selber erkennen Selber lösen Es ist halt blöd Es ist halt Es ist halt dämlich Dass halt alle studieren wollen Vor allem wenn man halt bedenkt Studieren bedeutet heutzutage Nicht mehr dass du gut verdienst Bei Gott nicht Also definitiv Ich kenne fast keinen Der studiert hat Der dadurch richtig Kohle verdient Sondern eher alle nur so durchschnittlich Manche sogar unterdurchschnittlich Kann man heutzutage nicht mehr drauf bauen Das ist noch dieser alte 70er 80er Jahre Traum Der aber nicht mehr gilt Weil zu viele Leute studieren Zu viele Du kannst nicht durch das Studium Alleine darauf schließen Dass du gut verdienst Es hängt total vom Studium ab Und dann sogar innerhalb des Studiums Als was du darin dann arbeitest Guten Morgen Mook Bin Handwerk und heute froh darüber Vor 10 Jahren war das anders Das kann ich mir gut vorstellen Aber ich sag es mal so Mook Du kannst dich wahrscheinlich auch nicht retten Vor Aufträgen nehme ich mal an Also ich kenne die Situation so Dass du eigentlich regelmäßig Bei den Handwerkern Wenn du sie brauchst Anrufen musst Und sagen Ja kommen sie jetzt Kommen sie jetzt Wir hatten doch einen Termin Kommen sie jetzt bitte Und ich glaube nicht Dass es böswillig ist Sondern dass ihr halt einfach So dermaßen Gespamt werdet Dass ihr Ja Teilweise nicht nur Das ist meine persönliche Interpretation So also Leute Was wollen wir denn spielen Wir haben mehrere Möglichkeiten Ich hatte die Idee Wir könnten mal tatsächlich Versuchen Wenn ihr das wollt Das Imperium ein bisschen anders zu spielen Mein Gedanke war Das ist jetzt auch ein bisschen angelehnt An den guten Englischsprachigen Kollegen Zarkovic Der hat mal ein YouTube Video dazu gemacht Dass man das Imperium Wie Empire Total War spielen kann Dass man also gar nicht so sehr Auf Nahkampfinfantrie setzt Sondern sich so eine kleine Challenge Auferlegt Und sagt Lasst uns Hauptsächlich mit Schützen In Infantrie spielen Könnte man aber auch natürlich Mit Zwergen machen Zugzwerge Dunkelelfen The Ever Chosen Du meinst also Chaos Archauen Was sind die Zugzwerge Achso Die Zugzwerge Ja die Chaoszwerge Oder mit Kislev Ja mit Kislev Kann man das definitiv auch Deathcon meint Musketen Empire Findet er gut Gut Mauro Komiki Katai Okay wisst ihr was Wir haben jetzt hier schon mehrere Vorschläge Ich mach einfach mal ein Poll Ich mach jetzt mal ein Poll Also Wie ihn spielen wir Ich fang einfach mal an mit Empire Ja Empire Muske Muske und Kanonen Also ich schreib das so rein Dann habt ihr geschrieben gehabt Also Kislev Im Grunde dann genauso Dann habt ihr geschrieben gehabt Chaos Zwerge Dann Da sind jetzt schon wieder Jede Menge andere Sachen Ah genau Dunkelelfen Ever Chosen Machen wir mal Dunkelelfen Und dann machen wir noch Chaos Achauen So ihr dürft jetzt drei Minuten abstimmen Leute Mehr Dinger haben wir sowieso nicht Darin nur fünf frei Die Chaos Zwerge ohne Zwergeneinheiten Wäre Das wäre der genau so Wie man Skarvenspiel Und sagt was wir machen Nur Skarvensklaven Oder so Gawain ist für Imperium Überwiegend mit Schützen Er klingt interessant Ansonsten ist er für Die Presse Wenn wir definitiv auch mal wieder spielen Absehbare Zeit Also ich habe das euch Übrigens folgendermaßen vorgestellt Für so eine Challenge Dass man auch Auf ganz ganz viele Artillerie geht Bei so einer Art von Empire Dass man dann zum Beispiel sagt Also acht Einheiten Eine Armee Sollten dann schon Artillerie sein Also dass man dann Raketen Äh 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 Lafetten Kanonen Mörser kombiniert Ähm Dann auch Ähnlich viele Einheiten So sechs Einheiten Sind dann auf jeden Fall Schützeninfanterie Ein bisschen Kavallerie Zum Flankenschutz Und Dann braucht man natürlich noch Ein paar wenige Einheiten Die so ein bisschen Nahkampf können Aber dann gehen wir natürlich nicht Auf sowas wie Hellebardiere Oder Zweihandwaffenkämpfer Sondern ähm Dann nimmt man halt sowas wie Äh Freischärler Also im Grunde Eine Versuchen eine möglichst moderne Armee Aufzubauen Sofern das in diesem Spiel möglich ist Der Witz ist Das kann man auch theoretisch Mit Chaos Zwergen machen Das kann man mit Kislev machen Das kann man auch mit Zwergen machen Find's witzig Dass äh Niemand Arschauber Und wird nicht mal der Der vorgeschlagen hat Der Paul gerade eben Wir würden Da würde er wird Schuss vorgeschlagen Und es wird nicht Ihn abgestimmt Sorry Archie Das ist nicht schon Ne aber ansonsten kann ich euch sagen Ich habe diese Woche Um nochmal kurz mal auf mich selber zurück zu kommen Währenddessen wieder dumm warten Ähm Da habe ich sehr sehr viel Zeit Ähm Mit Sachen verbracht Die einfach mir persönlich gefallen haben Wir waren zweimal Im Sport Ich bin auch inzwischen wieder Bei einem Fitness Mit dem ich sehr sehr zufrieden bin Leider meine Knie nicht Aber das ist ein eigenes Thema Das Uraltes Ähm Dann haben wir Ähm Uns es auch so ein bisschen gut gehen lassen Wir waren einmal im Spa Also ich und meine Frau Haben uns da äh Sehr schön entspannt Und ich habe sehr sehr viel Bordersgate aufgenommen Ich habe so eine Freude Immer noch an dem Spiel Ich sag's euch Nochmal Hashtag Werbung Für mein Let's Play Natürlich in Folisarius Es ist momentan noch eine Abstimmung Und wenn du ganz schnell bist Kannst du noch mehr abstimmen Aber es ist so gut wie vorbei Ja wir spielen also Le Empire Mit äh Musketen und Gedöns Jetzt ist halt die Frage Spielen wir Wen von den beiden wollen wir spielen Wollen wir Imperator Karl Franz spielen Der hat halt hier ihren Boden zu bieren kämpft Oder wollen wir Baldassar Geld zu spielen Der hat halt fette Boni für Geschosseinheiten Der Ramein Franzi In the name of Magnus Dann Karl Franz Baldassar Sauber auch ohne meine Stimme Baldi, 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 Baldi Geld, Geld, Geld Also die meiste von euch sagen Baldassar Geld Okay Dann spielen wir Baldassar Geld Und äh Natürlich sind wir so crazy Und versuchen den Scheiß auf Legendär Ich bin gespannt Ob das funktionieren kann Okay wir gehen rein So Wir können das auch in der Zukunft auch nochmal wiederholen Aber ich finde es einfach mal interessant Auch mal das Spiel gezielt anders zu spielen Na dann viel Erfolg Ich bin selber sehr gespannt Also das ist jetzt hier auch ohne Netz Und ohne doppelten Boden Ne Selber von mir noch keine Sekunde getestet Wie gut das funktioniert Wir werden jetzt also auf die harte Tour lernen Und das heißt auch Wir werden ein bisschen Ja Warten müssen Bis wir vielleicht großartig Offensiven durchführen Das heißt auch Dass ich meine anfängliche Also ich werde vielleicht noch meine anfängliche Schlacht kurz schlagen Beziehungsweise ich schaue mir erstmal die Situation an Und dann entscheiden wie wir damit vorgehen Man merkt dass es der alte Rechner ist Das ist nicht der neue Der neue würde übrigens jetzt endlich abgeholt Und ist auf dem Weg Hoffentlich schon angekommen beim Hersteller Habe aber noch nichts gehört Wenn ich Glück habe Habe ich noch dieses Jahr Meinen neuen Rechner wieder Aber wissen tue ich es nicht So Also gut Das ist alles nicht so gut Unser Hauptproblem ist nämlich Dass wir mit diesen Einheiten hier überhaupt nichts bewegen können Also schauen wir uns erstmal die Situation an Was wir im Grunde eigentlich brauchen Sind die Pistoliere Und ganz ganz schnell Also ihr seht Wir müssen dafür erstmal auf Stufe 3 hochkommen Das sind die wichtigen Gebäude für uns Das sind die überaus wichtigen Gebäude für uns Die beiden Granatwerfer Schützenreiter Sichi Musketenschützen Sichi Wird halt eine Weile dauern Ich bin sogar drauf und dran zu sagen Kanone Mörser Ob man das vielleicht Glaubt ihr das schaffen wir Wenn ich die jetzt alle lösche Ich habe ein mieses Gefühl bei der Nummer Das ist glaube ich nicht möglich Ja wobei Doch wir machen das Also Radikale Änderung Wir gehen hier rein Und rekrutieren nicht das da Sondern Also wir dürfen nur Schießpulverwaffen haben Also unsere Einheiten müssen alle Müssen schießen können Außer die Helden Das sind die einzigen bei denen das nicht notwendig ist Für unsere kleine Challenge Die wir uns hier auferlegen Das heißt natürlich aber auch für uns Dass wir hier ganz ganz massiv auf Geschosse gehen werden Und jetzt schauen wir mal gerade eben Was die Diplomatie sagt Dumti 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 dum Genau Black Powder Empire Mhm Ja geht mir in so die Welt Für Nicht-Angriffspakte Ich bin sowieso jetzt gerade eben ein Fan davon Nicht-Angriffspakte zu bekommen Es wird eine Weile dauern Bis unsere Armee funktioniert Ich habe doch vorhin schon geantwortet Ja habe ich Und wir werden es morgen Mittag im Stream spielen Ich habe vorhin direkt auf deine letzte Frage geantwortet Ich weiß nicht, warum du es nicht mitbekommen hast Hallöchen Ventress Hallöchen auch ein Exil-Schweizer Exil-Schweizer hat sowas ähnliches mit Skarven gemacht Das war sehr lustig und erfolgreich Allerdings muss ich dazu sagen Dass ich hauptsächlich die Radius-Mod spiele Ah, okay Hallöchen auch an Big L In Sarelyon Was ist bei OBS abgeraucht? Bitte kann Worauf beziehst du dich Sarelyon? Ach so Was ich für einen Ursprung gespielt habe Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr Ich weiß, dass ich gestern ganz ganz kurz Einfach nur mal zwei, drei Stunden reingespielt habe Und ich habe mir Ich habe mir einen Adligen gemacht Der Das finde ich ja nicht mega lustig Der gar nicht so wirklich selber kämpft Sondern andere immer für sich kämpfen lässt Also wie so ein laufender Buffbot Ach so Maurice wollte das gestern spiel Der PC hat sich ständig neu gestartet Ähm Das hatte ich tatsächlich nicht Ja, ein Offizier Genau, auch ein Offizier So ein adeliger Offizier Ähm Ne, solche Probleme hatte ich nicht Aber möglicherweise liegt es am PC Den er da einfach hat Wie gesagt Ich habe ja Ich habe ja auch das Problem Dass mein alter PC ständig gecrasht ist Und das ist natürlich blöd Deswegen habe ich ihn jetzt auch einschicken müssen Wir gucken mal, dass wir jetzt hier erstmal Ein bisschen Truppe haben Und dann können wir hier vielleicht gegen die Grünen heute was machen Hi Razor, danke dir für den Resub im 21. Ich hoffe dir geht es gut Was wollte Maurice machen? Auch so ein Adeligen, der Andere für sich kämpfen lässt Also das funktioniert überraschend gut Das habe ich beim Durchlesen gesagt Ich habe mir gestern wirklich Zeit genommen Bei Rogue Trader Und habe dann für mich festgestellt Das würde ich mal ausprobieren Ob das überhaupt geht Weil es wirklich herausstechend war Und es hat überraschend gut funktioniert Äh, Valtano, das werde ich sehen Das hängt total davon ab, wie groß Der Zuspruch ist Also auch morgen Also wenn ihr unbedingt wollt Dass ich Rogue Trader mache Auch auf YouTube Dann solltet ihr morgen Mittag zugucken Ich sehe es ja an den Aufrufzahlen Und auch auf den Aufrufzahlen Auf dem Web Uncut und Likes Also ich kann mir das sogar tatsächlich vorstellen So was zu machen Nach dem, was ich jetzt gesehen habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ich habe elf Einheiten jetzt hier Das hier wird noch eine ganze Weile dauern Ich glaube trotzdem, dass ich die hier loswerden will Ich muss ja auch irgendetwas tun für mein Geld Bin selber sehr gespannt, ob das klappen kann Hallöchen, Afe Zockt Dankeschön für deinen Resub im Zwölften Willkommen, willkommen Und ja, Ray, so Gott, das mache ich Wie gesagt, ich war diese Woche sehr, sehr viel Mit Dingen beschäftigt, die mir einfach nur gut getan haben Und das werde ich auch weiterhin machen An der Stelle ist ja auch erwähnt, dass ich Also nach morgen Also morgen ist der letzte Stream für dieses Jahr Den ich mache Ich werde dann erst wieder im Januar wieder streamen Wahrscheinlich dann zu den üblichen Zeiten Also ich nehme mir Urlaub Über Weihnachten und Neujahr So, Kanönchen dahin Mörserchen dahin Mit denen hier werde ich gleich Unsere Stress machen Nein, ihr sollt Und du gehst hier raus Ihr seid hier Ihr seid hier Du bist hier Ach, der ist noch zu Fuß unterwegs Das ist nicht ungünstig Outriders Outriders Forfriends Formation March Förald So So was, ist das doof? Habt ihr gesehen, wie dämlich die sich gerade verhalten haben? Als ob sie darum gebettelt hätten, jetzt erwischt zu werden. Muss man hoffentlich nicht verstehen, was hier für Unfug passiert. Die KI schafft natürlich wieder mal ein perfekter reinzusperren. Und im Nahkampf haben wir da natürlich gar keine Chance. Die sind ja auch hier ziemlich am Arsch. Also ihr seht, das wird nicht einfach. Ziemlich harte Nummer, ja. Nee, ihr sollt auch nicht im Nahkampf bleiben, verdammt nochmal. Oh. Oh. Ziemlich! In range! Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ja, ihr zieht euch zurück. Ihr müsstet sich nicht draufgehen. Nee, das sieht nicht gut aus. Hallöchen Templeton Pack. Ich schieße mit Kugeln, ja, ich weiß. Ja, das ist hier auf jeden Fall mal die Bestätigung, das hier können wir so nicht gewinnen. Wir stehen Niederlage ein und hoffen, dass einiges noch gerettet wurde. Im schlimmsten Fall ist alles weg. Ja, die Kanone ist leider, leider weg. Also, wir wissen, dass wir die jetzt hier nicht schlagen können. Zumindest nicht so in der Offensive. Nicht mit dieser Art von Einheiten. Uns fehlt da noch so einiges. Ja, das wird Bockschwer, zumindest am Anfang. Also, am Anfang ist es wirklich Bockschwer. Ich bin gespannt. Guten Morgen, auch an Cera da. Da war wieder was abfallend. Du meinst also, quasi das Gelände war schräg. Das kann gut sein, dass ich das wieder mal nicht gesehen habe. Ach, selbst diesen wieder down. Aber wisst ihr, das Gute ist, man bekommt sogar Erfahrung in der Niederlage. Man bekommt Erfahrung in der Niederlage. Äh, ich nehme trotzdem jetzt erstmal die inspirierende Gegenwart. Bei ihm das Kampftraining. Wieder hier rein. Ja, und mehr als das kann ich hier gerade eben kaum tun. Jetzt bin ich halt gespannt, ob die Pfeil auf angreifen. Mit Pfeil auf habe ich dann vielleicht sogar in der Defensive ein bisschen eine Chance. Falls ihr das Ding jetzt hier belagern sollten. Schaden ist immerhin fast da. Ja, auch nur fast. Richtig, Saltmaster. Man muss es nur positiv sehen. Ah, guck mal, jetzt belagern uns die da. Das ist überraschend. Darauf haben die gewartet, diese kleinen Mistkriegse. Und was noch viel schlimmer ist, ist, dass diese Grünen heute jetzt denen sogar noch helfen. Holla die Waldfee. Gucken wir mal, ob wir vielleicht einen meiner Nachbarn hier dazu bewegen können, mir zu helfen. Sigmas will. All right. Aber langt. Würdest du mir helfen mit denen? In tausend Jahren nicht. Super. Ja. Möglicherweise Game Over sind wir ganz sehen. Na ja, Game Over sind wir nicht, wir haben immer noch die Festung soll. Es ist Zeit. Ich sehe es von der Seite. Also wirklich Game Over sind wir noch nicht. Aber gucken wir mal. Problematisch ist halt, dass die beiden jetzt hier halt direkt ankommen. Und zusammenarbeiten. Also das war ein Fehler, den wir den Krieg zu erklären. Es ist halt auch immer wieder überraschend, wie stark solche Grünhaut Wild Orks sind. Die Wild Orks sind im Nahkampf unfassbar heftig. Das ist richtig Feldmarschall Hunter, das ist richtig. Aber guck mal, jetzt sind die Grünhaut hier auch weitergezogen. Und das ändert natürlich jetzt hier auch ein bisschen unsere Ausgangslage. Also ich sehe das jetzt hier definitiv so, dass man das hier vielleicht sogar gewinnen kann. Möglicherweise kann man das gewinnen. Jetzt haben wir vor allem halt auch Infanterie dabei, ne? Das kann ich jetzt halt nicht verhindern. Alle Knarren, die wir besitzen, sind in der Hand unserer Hauptarmee. Genau, das sind nur Goblins. Es sind viele Goblins, aber es sind halt auch nur Goblins. Oha! Der eine Mörser, den wir noch haben. Das ist großartig. So, du machst hier dicht. Ihr macht hier dicht. Ihr macht immer die Nummer 3. Ihr macht die Nummer 2. Ihr seid die Nummer 1. An und Pfirsich ist das jetzt eine ziemlich witzige Ausgangslage. Moment. Ich gehe sogar da hin, den Mörschen hier. Ich will gar nicht so viele Truppen da drüben haben. Ich stelle euch da hin. Infanterie da hin. Wir sind Sigma's Heirs. So, da, da. Ihr kommt dann von hinten und ballert die dann zusammen. Ja. Für Heldenhammer! Jo. Für Heldenhammer! Ulrichs Roth on deck! So, dann wird das hier mal gemordert. So, dann wird es hier mal gemordert. So, dann wird es hier mal gemordert. Take the ground! Und speed! Crossbows ready to roll! Irgendwann werden wir kommen! genau ich kann der mörse des mörses ist aber echt zu wünschen übrig da fliegt irgendwann muss er rein wisst ihr wenn ich eine sache hasse an total war ist dass es auf hohen schwierigkeitsgraden hat echt zu dieser scheiße kommt ja guck mal jetzt kommen sie doch habe ich einmal getroffen jetzt haben sie keinen bock mehr wie schnell sind eigentlich die gobelons 33 ein bisschen schneller und da passiert genau das was ich erwartet habe jetzt alle spinnen weiter die rückte Das war's, mein Lord! So, vorwärts. So, vorwärts. Forholdenhammer! The Empire is yours! No lingering! We are Sigma's heirs! I speak, you act! Ready for war! Sigma calls! They will never move again! What do you mean? This is cocky! Spearmen! Take the ground! By Gael Maraz! Law of Metal! Free company! For the Twin-Tailed Comet! Soldiers of the Empire! I am supreme! I am master of power! Powder drive! Quick march! For far, Pazamas! Show us the phone! For the Warhammer! Naja, von dem Warhammer! Ihr bleibt jetzt immer gucken, mal stehen! Ihr geht näher ran! Militia! Moving! Free company! Formation! March! At speed! Crossbowman! Spearmen! Darf doch wohl nicht wahr sein, dass sie zwischen Richtig ist! Wovon dann das drauf? Okay, die fliehen hier schon mal so ein bisschen, das ist in Ordnung. Die fliehen jetzt auch, das ist sogar noch viel mehr in Ordnung. So, Balti! Die haben sich gesammelt. Ihr greift hier noch mit an. Maul zu den Boden! Mit den Boden! Getausch! Crossbows ready, General! Bei Ulrich Frost! Hat speed! Crossbowman! Ready! Irgendwie wird er gerade direkt dem Nachhinein angegriffen, weil sie nicht so geil finden. noch einmal ordentlich mal wieder raus ja ich mache im letzten also seit einer woche was ich aufgehört dieses vorübergehend mit camp zu streamen weil das für mich sehr viel entspannender ist bis es mir besser geht also ich habe durchaus vor wieder mit keinem zu streamen aber solange ich jetzt immer noch versuche meinen stress zu reduzieren habe ich das jetzt erstmal eingestellt schlicht aus gesundheitlichen gründen ein paar kunden kommt willkommen Ja, Baldi, Baldi, Baldi Hier schießen wir wieder Schieß, 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 ob wir noch die Kahn kämpfen, ist doch ein Problem So, wie ist das denn? 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 Hier geht nur auf den Keks Ah, jetzt rennen die auch endlich weg Die haben sie auch schon wieder gesammelt Oh, langsam aber sicher wird es ohne Pool für ihn hier Ah, da rennt er jetzt weg Okay, wir bleiben an dem heran Dankeschön, Arzt Äh, Psy-Safu, wie gesagt Es könnte sein, dass ich daran schuld bin Weil ich habe ja auch Vergangenheit immer wieder gesagt, dass ich das höre, wenn sie das sagen Also, diese Schlacht haben wir gewonnen Ich würde sogar sagen Wenn man bedenkt, mit was wir hier auch angetreten sind, sogar recht gut Wir sind Sigmars Heirs Wir sind Sigmars Heirs Wir sind Sigmars Heirs Äh, warte mal Die Speerträger nehmen wir mal hierzu aus dieser Gleichung raus So, wo rennt der jetzt hin? Oh, gerade eben ging ihm die Munition aus Das ist ärgerlich Mein Mörser haben sie übrigens erfolgreich totgeschossen Verdammte ballistische Schützen Aber die haben wir sehr, sehr gut weggemacht Und das bringt uns jetzt auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte, die wir haben müssen Ja gut Mal gucken Also auf jeden Fall wird er jetzt wieder eine Weile brauchen, um seine Truppe wieder aufzubauen Wir können regenerieren, wir können uns noch mehr Truppen aufstellen Weil wir es alle hören, genau Jezebel Ich gönne mir... Geld haben wir eigentlich einigermaßen Ich gönne mir Einheitenerfahrung Gut Der Erdene Stab Das haben wir auch diese Armee endlich mal besiegt Ich kann nicht wasen mein Potenzial Ich bin der Supremen Patriarch Also wir wissen ja jetzt schon, dass wir auf Pistolenkorb setzen müssen Machen wir das auch Der hier macht den Klingenmeister Das ist wohl auch wahr, Jezebel So, Moment Oh, die brauchen halt tausend Jahre bis hier irgendwas... Also wisst ihr, der Gag ist, wir müssten eigentlich gucken, dass wir Steingart so schnell wie möglich bekommen Aber dafür brauchen wir erstmal eine bessere Truppe Hast du nicht irgendwie... Doch, du hast den Grolltilger Minus acht Führerschaft um ihn herum Aber würde es nicht mehr Sinn machen, wenn... Er ist tendenziell eher im Nahkampf Ich denke, bei ihm macht das mehr Sinn Ne, hier halten wir auch nochmal die Füße still Okay, dann wollen wir mal In die nächste Runde gehen und gucken, wie schlimmste dieses Mal wird Jetzt erwarte ich, dass der mich jetzt hier belagert und dadurch gleich für mich alles zum Teufel geht Wenn der uns jetzt belagert, sind wir GG Ich bin gespannt Ne, er wurde vernichtet Geil Was ist mit dir jetzt? Du stehst hier nur rum Okay, also Mittenland fordert Stadt Historisch gesehen war die Stadt Mittenheim 1 Die Hauptstadt Mittenlands Echt? Wäre ich nie darauf gekommen Doch sie befindet sich zur Zeit unter der Kontrolle des Kurfürsts eines anderen Staates Mittenlands rechtmäßiger Kurfürst Boris Wüderich hat euch gebeten, ihm zu helfen Die Stadt unverzüglich wieder unter seine Herrschaft zu bringen Ja Oh, Reikland Nicht und das Reikland Reikland ist mir wichtiger als für kühle dort alles klar für die sarius vorwartet progress wir arbeiten fertig muss linie mehr einkommen ich mache es ja erstmal mal ganz kurz mehr wachstum wir brauchen auch ganz mehr wachstum ich hätte aber auch diplomatisch andere dinge tun direkt jetzt hier erst mal noch mal hier sind jetzt eigentlich schon so gut wie fertig mit der welt nächste runde könnten sie angreifen morgen zauberer heitempel becker des bros icon gibt es schon mode gibt schon lang das gibt es gar sehr sehr lang es gab sogar mal eine zeit lang wo man das als t shirt hat kaufen können bei mir aber ich habe kein t shirt shop mehr hallüchen konfessor crumwell ok was haben wir jetzt stirland fordert region historisch gesehen herrscht stirland 1 über die region niedlingen ich finde noch den namen so lustig doch die befinden sich zurzeit unter der kontrolle eines kursen ich bin ein fan davon dass aber land zwar unsere lehns treue erhöht aber ich kann sie nicht auf kosten von jemand machen der nur vier hat niedlingen zurückfordern ist der hans am früh shoppen schon morgens um 10 30 da war ihnen wünscht sich wirklich das ball das eine andere spielmechanie bekommt als karl franz es macht irgendwie keinen sinn dass er über die kuflust und das ist richtig sehe ich auch so habe ich mich auch immer gewundert supreme patria wir machen mal die pistolen korps weiter für noch mehr geschoss starke als ich glaube inzwischen dass wir die jetzt schlagen können ich glaube das können wir inzwischen muss ich bloß kommen die bewegung dadurch nicht bleiben es dürfte genug übrig bleiben um wieder zurück zu laufen ja auch in angedriff auf die siegern können wir das ich noch nicht machen sagt wir uns noch mehr erfahrung wir sind jetzt wieder hier und rekrutierten noch mal drei so was machen mit dir ich mache jetzt mal schwer zu treffen weil nahkampf angriff aber schon ein bisschen nachkampf abwehr lässt zu wünschen übrig warum pyrox und auch die morgen ein rainbow tofu tierchen dankeschön für den wieser rainbow tofu tierchen im 32 schön dass auch dabei ist jetzt stirland hat krieg mit dem rothörner stamm und mit den täuschern stimmte olle täuscher läuft hier ja auch rum der alte misst keks meinem helden noch das pony wegnehmen nee der darf das pony fürs erste kurz noch behalten wir haben hier momentan keine gegner die speerträger sind die goblins haben zwar speere sie zählen aber nicht als speerträger das ist irre daran also sie haben keinen bonus gegen groß deswegen ist es relativ egal so lieber nachbar wechselbalk genau das das ist das ist so ein bisschen hello neighbor spielen ne ihr kennt vielleicht das spiel hello neighbor oh drollig das ist jetzt eine wichtige ausgangslage also wir bekommen die hier noch als verstärkung ne ich fall zurück er greift sofort trotzdem noch mal an egal also holen muss hier diesen pyros sieg sei es drum hauptsache wir haben sie geschlagen das entscheidende ist nur wir haben sie geschlagen egal wie stirland fordert wieder mal eine region ja ich lieben die jetzt hier erstmal alle aus wachstum nicht existent entschuldigung die verzweiflung ist real ich will einfach endlich mal eine armee haben dass ich hier das hier gebäude rausnehmen kann um dann endlich wachstum zu generieren aber ich darf nicht so pistolenkorps haben wir es hier ausgemacht bei dir machen wir noch mehr schwer zu treffen guten morgen rolf danke für deinen wieser vom elften willkommen äh march ne 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 wir haben vorhin darüber geredet also ca macht jetzt erstmal eine überarbeitung des dlcs das kommt vermutlich im februar oder ein bisschen später danach machen sie frühestens im april thrones of decay den neuen nächsten großen patch samt dlc wo es glaube ich dann halt auch um kugas um nurgel und so weiter und so fort geht es kann aber auch gut sein dass natürlich noch ein paar andere davon betroffen sind aber da ändert sich ein bisschen was falls du nicht mitbekommen hast was ca diese woche für statement rausgehauen hat ähm ich kann es noch mal versuchen zu posten ich glaube ja ich habe es hier noch drin einfach mal durchlesen das haben wir vorhin gearbeitet das haben wir vorhin besprochen zauberer meint in thrones of decay sollte auch das imperium drin sein ja wobei man natürlich nicht sich nicht hundertprozentig sicher sein kann was jetzt nach all dem jetzt wirklich kommt ne also die ganzen alten aussagen sind alle mit einem fragezeichen zu versehen halte ich auch in den silberrücken gorilla äh tschuldigung godzilla nicht schuldung silberrücken godzilla dankeschön für deinen prime dankeschön auch fürs lobe aber stimmt godzilla hatte auch sehr viel silber am rücken vor allem dann wenn er strahlen geschossen hat ich erinnere mich das ist jetzt hier wieder egal die 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 sich aber auch haben gebt mir noch mehr truppen genau der dlc für pharao wird zu einem flc einem freeload content was ziemlich krass ist weil ich davon ausgehe dass es garantiert wahrscheinlich auch 15 bis 20 vielleicht sogar 25 euro ursprünglich von denen geplant war und das machen wir jetzt kostenlos also sie wollen glaube ich zeigen dass sie nicht geldgierig sind was man ihnen ja auch vorgeworfen hat kann man nur hoffen dass danach das vertrauen langsam aber sicher wieder da ist und es auch von ihnen gepflegt wird das vertrauen so langsam aber sicher haben wir blanker stahl ist natürlich für uns quatsch wir gehen direkt auf die ja wobei imperiale artillerie machen wir später was wir jetzt machen ist erstmal dass der besser zaubern kann was wir mit dem pläsen hat echt viel zu ein bisschen werden hat auch sich einheiten wie bei bionent truppen oder sowas oh die hügelgrabtruppe oh kacke ich habe ein ganz mieses gefühl bei der nummer die lassen sich konfederieren von uns die frage ist ob ich das will die kohle die lassen sich immer noch konfederieren ja dann mache ich es annau bevor glory marienburg zu holen wird nah als möglich das hier können wir niederreißen das hier können wir behalten das hier können wir behalten truppo meint die wollten noch nie eine konfederation mit ihm als imperium das hat mich gerade eben auch total überrascht oh das kennen wir aber auch paraben ab jetzt kennen wir fraktionen leute aber land zieht uns jetzt plötzlich auch in einem leicht an nun licht macht nicht Angrosspakte hier Nordland das geht jetzt natürlich nicht Stirland möchte jetzt hier mit uns handeln jetzt haben wir so ein bisschen diese Machtschwelle überschritten wie gesagt nur ein bisschen aber das ist ja schon mal ganz gut ich bin bereit bist du? ja ne wir können auch keine Zauberer haben wir sind kein niemand mehr genau ja bis jetzt waren wir der machtlose Kurfürst der aus irgendeinem Grund in Stellvertretung zu Karl Franz über das Imperium herrscht und Franz glaube ich gerade eben sich einen ordentlichen Lenz macht und ja das war klar der Gierschlund Heinrich Kemmler Kemmler jetzt hier mal über die Grenze ja die Rechnung Trooper ist manchmal komisch die die KI da durchführt Held benennen Fraktion Mörperland das Mörperland also ja gut dann äh sind wir jetzt also nicht mit der Goldorn sondern äh das Mörperland ok äh kann einer der Mods sich um die äh Punkte kümmern oh übrigens Highclan Geddin grüß dich dankeschön für deinen äh Prime Sub im Elften dankeschön so und jetzt muss ich hier aktiv werden Sonst nehmen die mir das weg sodala besetzen dankeschön auch an Magic Clown für dein Abo dankeschön aber ihr habt es gesehen ne so schnell ist man nicht GG es hat manchmal nur winzig kleine Entscheidungen und eine Entscheidung kann halt auch manchmal sein nö ich mach nix das kann auch schon eine Entscheidung sein die dazu beiträgt dass man nicht sofort GG ist gut manchmal schiebt man es auch nur um eine Runde auf das ist natürlich durchaus wahr aber manchmal halt auch nicht ähm wollen wir direkt die Metallbeherrschung machen ne ich mach nochmal mehr sengendes Verderben der Kollege bekommt es hier noch mehr schwer zu treffen der Energiesteine ja gut ich glaube der Energiesteine ist besser als der erdene Stab es gibt ja vielfassende Pistolen die solltest du auch anwerben oder wenn ich's kann aber du hast recht also das die darf ich jetzt halt eigentlich leider nicht die darf ich leider nicht nach der Challenge aber das wichtige ist wir machen jetzt hier ein bisschen mehr Wachstum Handelsware Rang bei der Rekrutierung für Einheiten Einkommen aus Hauptsiedlungsgebäuden Salvenfeuer ich würde auf Büchsenlauf gehen noch mehr Geschossstärke für unsere Schützen für später genau ich darf keine Nahkampfinfantrie machen habe ich selber einfach so beschlossen also im Grunde versuchen wir so ein bisschen so eine Art Empire Total War in Total War War 3 zu spielen ich meine immerhin schon mal das Empire und wir spielen Token War wir haben eigentlich das meiste schon erfüllt das meiste ist schon erledigt äh hier gucken wir mal dass wir vielleicht in die Defensive kommen dass die uns jetzt hier nicht sofort angreifen können hier kann ich nur über Global rekrutieren und das ist es mir gerade eben einfach nicht wert das Wichtige ist dass ich die Fraktion geschluckt habe so uns gehört jetzt endlich das und wir können hier noch mehr Wachstum machen Pfeildorf wird wachsen ihr guckt mal wie krass das sich jetzt hier ändert das ist schon echt gewaltig nur da ist mein Steingart sich gut äh meine blöde Frage habt ihr eigentlich gestern Abend auch Aussetzer auf meinem Discord Server erlebt da war so ein lustiges Ausrufezeichen was ich vorher noch nie gesehen hatte und ich konnte nicht drauf zugreifen heute geht's genau die Schießbürger oh 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 das schaffen wir nicht scheiße Hans mein Discord hatte gestern Probleme ja Seile meint das auch ja ja also das war spooky gestern Abend was Spätabend Zauberer kann sein dass du da vielleicht schon im Bett warst ich weiß nicht wenn du ins Bett gegangen bist oder ob du überhaupt am PC warst euch wurde eine Aufgabe erteilt mächtiger Fürst ein großes Abenteuer wartet als ob ich für sowas die Kapazitäten gerade eben hätte äh stilland wird in der Region niedlingen von Tiermenschen angegriffen und sie bitten um unseren Beitritt wisst ihr was mies ist jetzt machen wir hier Minusgeld aber wir werden auf jeden Fall helfen für Geld das Schöne ist das kann man inzwischen jetzt hier berechnen oder das Geld ein naja zumindest ein Teil das Wichtige ist einfach bloß dass wir die imperiale Autorität oben halten ja dass der im Kopf getötet wurde das weiß ich so Steingart ich möchte hier noch mehr Wachstum haben Dankeschön jetzt sind wir hier bei 19 wir gehen jetzt halt hier direkt auf 20 also ich gehe davon aus dass die Schießbürger lieber Knorkel du meinst mit Pistoliere nicht dir weil das in der Freisteller Pistoliere sind ja Reiterschützen oder meinst du doch die oh warte mal ich kann ja die Festung soll ausbauen oh im Übrigen wo ich gerade eben lese das wollte ich euch auch noch ankündigen über die Weihnachtsferien habe ich vor Patreon mal ein paar weitere Unterstufen zu geben falls manche von euch lieber mich auf Patreon unterstützen wollen statt mit Subs das ist nur so ein Vorschlag weil ich habe gestern und auch die Tage davor mit ein paar von euch gechattet bezüglich dieses Themas und da kam halt auch von eurer Seite aus auf dass halt Patreon und das wissen viele von euch manche aber vielleicht auch nicht für den YouTuber bzw. den Streamer deutlich besser ist als Subs auf Twitch weil die Subs auf Twitch sage ich jetzt mal ja das ist alles ein bisschen unsicher hier oh Gott wie machen wir das hier ich tausche einfach mal hin und her man erlebt hat immer wieder wie Twitch immer wieder versucht so ein bisschen Intekrität des Systems zu untergraben und allein die Tatsache dass sie jetzt zum Beispiel sich aus aus Südkorea zurückgezogen haben ist auch nicht gerade eine gute Nachricht guten Morgen Toiletten Thorsten genau diese Engpass Dinger sind gut für Segel aber sie sind definitiv nicht ungesiegbar das ist etwas was man sich klar machen muss oh jetzt haben wir noch Koron als Direkt ja komm wir tun es mal mit Koronnen so lange nicht mal Geld haben damit die Laune noch besser hoch geht hier und Baston ist so gut wie erledigt die haben Stress mit dem äh mit dem kleinen Dickielein wie heißt? mit Grom dem Adipösen ich bin der Supremen Patriarch ich will gerade mal gucken sind die eigentlich auch betroffen von den Nahkampf-Waffs ne die sind von den Nahkampf-Waffs nicht betroffen das wäre voll cool wenn die Freischerler halt auch davon betroffen wären leider sind sie es nicht mit der Maske stark als Stahl noch mehr Rüstung mehr Munition noch mehr Geschossstärke Panzer Luminarium naja Humboldt fragt wie läuft heute der Feldzug naja da habe ich keine Nahkampf-Infantrie nutzen dürfen und im Grunde eigentlich nahezu nur Schützen Einheiten bis auf wenige Kavalerie wird es auf jeden Fall eine Herausforderung ja und jetzt verlieren wir das da hinten vorher verdammt wie komme ich jetzt zum Untoten erstmal gar nicht ich definiere das geht mich nichts an das ist Karl Franz und Boris Wüterichs Problem ab jetzt ich habe die nur konföderiert damit ich sie konföderiert habe damit habe ich einen offiziellen Anspruch auf dieses Land oh ein brutales Geschäft wie sinnlos das ist endlich Polibus können wir das jetzt hier auch abreißen ich gehe jetzt hier schnell mal wieder darüber es sieht so aus als ob es jetzt hier wirklich sowas wie Wachstum gibt ich habe bald eigene Untote du meinst die östlichen Untoten das ist unmöglich kann man nicht ausschließen ja da kommen sie schon das war doch gerade eben noch Aberheim oder? ja Kavalerie ist erlaubt also so dieses typische Kurasier Ulanengedöns das ist erlaubt aber trotzdem ist der Plan dass ich eigentlich nicht sehr viel davon haben darf also ich definiere für mich maximal vier Kavalerieeinheiten das ist momentan so ein bisschen der Plan also vier Kavalerieeinheiten die nicht schießen können so rum maximal und ich will eigentlich irgendwann mal dann schon auf sehr sehr viele Kanonen und Mörser kommen sofern das möglich ist so der hat jetzt auch wieder ein Level Up dann sage ich ihm ist hier mal noch mehr Kampftraining zu zum Pfeildorf hat das ja abgerissen das hier wird später sehr sehr witzig wir machen es auch erstmal nochmal mehr Wachstum Wachstum ist es auch das Alpha und Omega Avaland hat Krieg mit den Jüngern des Schlunds Prozent zum achten aus MosSA allen gut kleinen und jetzt was von noch immerhin werden wir nicht von allen gehasst ich sehe das in der positiven seite es gibt manche die höhere sogar fast lalalala und halten sich die ohren zu aber ich bin zu hören weil sie uns schlagen was gut genau ich spiele ein paar wollen wir kommen zurück josh und hallöchen auch in den türen seit groß nicht mehr bei den karsteins mehr ist sind nicht mehr so op ja die eigene stadtposition ganz weit im osten der wurde ausgesorgt aber ganz im ernst er wäre auch im empire echt nahezu unmöglich gewesen jetzt hier noch da ist einfach zu viel drin hier ich werde mir lieber den vampire konflikt holen und hier kann ich dafür sorgen dass wiesenland ein bisschen mehr lehnstreue bekommt geil aber land ist vernichtet what the fuck wir haben ein oberproblem und zwar kein kleines ich sehe da massiven trouble auf uns zu rollen ich werde hier die kohle erstmal noch mal sparen die nebensiedlung mache ich noch nicht das quatsch ich gehe lieber dann direkt bei pfeil auf stufe 3 mein lord diplomacy ist nur den option wohl wahr ja das imperium wird von allen seiten bedrängt das ist richtig friendship is more value geil ich bin ich dabei karl franz ich bin ich dabei da gebe ich auch mal kurz mal gar nicht 240 gold aus für so einen move ja diplomat ist noch den option fand ich damals auch ganz witzig hat sich das spiel inzwischen eigentlich weiterentwickelt ich habe nicht mehr viel mitbekommen denke an die namen ja welche namen anfragen verwalten pfeildorf zu schwarzpulverdorf ja stimmt das ist auf jeden fall die migration schwarzpulverdorf finde ich jetzt hier absolut angebracht als schwarzpulverdorf ja ich werde hier wieder reikland hier wieder erlauben zu expandieren also das ist hier nicht pfeildorf sondern schwarzpulverdorf schwarzpulverdorf und die pistoliere wie gesagt wir haben noch keine pistoliere also ich weiß jetzt immer noch nicht von von knorke ob das gemeint war als pistoliere oder nicht so der ist ja auch in der füge 3 das ist super wir sparen hier immer noch ganz kurz talabäckland talabäckland freistellen entschuldigung ich habe das nicht gelesen danke deswegen habe ich ja euch also dann heißen die jetzt hier die schießbürger und gemacht genau die die pistoliere sind eigentlich die Reiter deswegen habe ich nachgefragt die antwort beziehungsweise nicht gesehen ne ne hans die armee wird schon noch bunter sobald wir die richtigen einheiten rekrutieren können die challenge ist zu versuchen das imperium so zu spielen als ob es empire total war wäre so ein bisschen von der einheiten komposition hier also mit ganz vielen musketen ganz vielen kanonen infanterie also nahkampfinfanterie so gut wie vermeiden kavallerie ist erlaubt aber auch eher so ein bisschen begrenzt bin ich auch bei dampfpanzer ist auch erlaubt weil das kann schießen das ist einfach nur eine fahrende kanone kurfurst erklärt unabhängigkeit nein wir verhindern die sezession das finde ich nicht gut warum will der jetzt den krieg erklären ist der deppert so unsere schützen machen nochmal 10 prozent mehr geschoss schaden jetzt kommen wir endlich voran also jetzt können wir auch demnächst sowas wie kavallerie haben dann ein paar pistoliere da müssen wir jetzt hin und danach werden wir direkt versuchen endlich die musketiere zu bekommen so derweil ne montierte waffen noch nicht salvenfeuer ja wir reduzieren jetzt die nachladezeit unserer schützen man könnte natürlich auch darüber diskutieren dass es sinn machen könnte jetzt in die wirtschaft zu investieren aber so viel wirtschaft haben wir nicht um dieses gut überhaupt befeuern zu können damit man kann darüber habe ich vorhin gesprochen knorke das ist aus meiner sicht nach wie vor nur ein gerücht und niemand weiß überhaupt irgendetwas und CA hat schon gar nicht irgendetwas in diese Richtung verlauten lassen, die haben nur etwas über Pharao und nur etwas über Warmer 3 gesagt und wie gesagt ich habe vorhin gesagt, dass ich zum Thema Medieval 3 auch jahrelang immer wieder gehört habe, ich habe gehört es gibt ein Medieval 3, der und der Creator hat über Medieval 3 geredet, ey Leute seit drei Jahren reden wir davon und es gibt nichts und ich glaube, dass auch Warhammer 40.000 Total War so lange ein Hirngespinst ist, so lange bis CA endlich was offizielles dazu sagt, sie haben nicht mal was inoffizielles gesagt, nichts ich habe nichts nicht mal was mit dem Augenzwinkern, um es mal so zu sagen und deswegen, also ich würde es geil finden aber in der aktuellen Situation in der sich CA befindet, würde ich vorsichtig sein, was macht denn der hier ich werde ihn mal nicht provozieren ich werde ihn einfach mal nicht provozieren ich glaube auch, dass der Urlaub bei mir macht ich finde es immer noch witzig und es ist einfach aus meiner Sicht überhaupt nicht logisch dass man keine Handelspakte so ohne weiteres mit den Fraktionen machen kann wisst ihr, wenn es wenigstens irgendwie eine negative Konsequenz hätte dass du zum Beispiel Spionagedaten von dir weggibst versteht ihr, was ich meine? das wäre aus meiner Sicht oh, oh wo gerade eben zumal zockt Napoleon Leute, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt ich war gestern Abend mit meiner Family in diesem Napoleon Film und ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht also der Film hat hat mich auf mehreren Ebenen enttäuscht das muss man auch erstmal hinkriegen nein, er war schlecht er war schlecht ich möchte es möglichst spoilerfrei machen ähm zu genau genau Arkadon Arkadon fährst fast schon wirklich zusammen also meinst du den Josefine Film ja genau aber nicht diesen Josefine Film den ihr vielleicht noch aus den 80er, 70er kennt sondern diese Josefine oder wie auch immer die Frau von Napoleon nimmt 30% des Films ein es ist eigentlich also im Grunde könnte man sagen also dieser Film war bizarr also am Anfang ist er gory mit Splatter-Effekten na, ihr wisst schon Guillotine und so ein Kram und es gibt auch am Anfang so eine kleine Schlachtszene die einen hoffen lässt aber es gibt danach also ich sag's mal so wenn ihr coole Linien-Infanterie-Kämpfe sehen wollt da ist der Patriot bis heute immer noch besser und der hat wenige davon Napoleon der Film versagt komplett an der Historie ich hatte den Eindruck bei dem Film dass der Ridley Scott also es ist ja schon bekannt dass der sich null informiert hat er hat sich keine geschichtlichen Professoren, Doktoren oder sonst irgendwie keine Beratung geholt es der Film sieht für mich so aus als ob er einfach den Wikipedia-Artikel genommen hätte die ganzen Bilder die man dort kennt also berühmte Gemälde und dass er die einfach in irgendwelche Filmszenen gegossen hat ohne dass es wirklich einen Kontext gibt über das was Napoleon in Europa wirklich gemacht hat es wird 30% des Filmes und der Film geht über 2 Stunden nur die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau Josefin behandelt teilweise minutenlang starren die sich nur an wenn man das alles zusammenfasst und es wird nicht mal geredet er hat dreimal Sex mit ihr in diesem Film völlig sinnbefreit weil er unbedingt einen Erben haben will also er wirkt also es ist es ist es ist cringe es ist Fremdschämen was da betrieben wird und es fehlt komplett der Kontext was Napoleon eigentlich für Europa und für die Welt bedeutet hat es fehlt völlig der Kontext wie er überhaupt Kaiser geworden ist es wird zwar kurz erklärt wie er Konsul geworden ist aber dann wird man einfach so ja und dann ist er halt auch noch Kaiser aber es wird auch nicht erklärt nicht einmal versucht zu erklären wie er es geschafft hat von Elba zu fliegen das wird einfach mal so dahin genommen also all diese coolen Sachen die man hätte zeigen können wie man das mit Spionage und mit Briefchen hier und der wurde informiert und so was andere Filme was andere Serien gemacht haben bei in anderen Kontexten wie man das hätte darstellen können wie man das in der damaligen Zeit gemacht hat so ein Spionage Netzwerk aufzubauen das wird alles nicht mal erwähnt es wird einfach so genommen als ob man jemand wirklich den Wikipedia Artikel gelesen hätte und gesagt hätte und das ist mein Drehbuch genau historisch ist der Film definitiv eine totale Vollkatastrophe Josh meint Kanonen aus dem 18. Jahrhundert hat einmal eine Einschlagskraft von den modernen Geschützen das kann ich jetzt überhaupt also an der Stelle kann ich überhaupt nicht ich kann nichts dazu sagen ob die Uniformen richtig sind ich habe gehört die sollen falsch sein ich kann nichts darüber sagen ob die exakte Kriegsführung korrekt dargestellt wird ich bezweifle es nach dem was ich gesehen habe es wirkt auf mich und das Hauptproblem was der Film hat ist dass er sich mit dass er 30% seiner Zeit mit belanglosen Beziehungsquatsch zwischen ihm und seiner Frau beschäftigt das geht sogar so weit also meine Frau hat dann auch gemeint ab einem gewissen Punkt ach so stimmt ja die gab es ja auch noch ich will euch gar nicht so sehr spoilern also da werden Charaktere am Anfang vorgestellt an die du dich dann irgendwann mal gar nicht mehr erinnerst und am Ende ja stimmt aber die dann halt die du komplett vergisst weil du sie vor anderthalb Stunden gesehen hast und es bleibt belanglos es bleibt sinnlos also das es gefühlt ist es wie ein Zusammenschnitt also meine Frau hat es wie folgt gesagt ich stimme mir da voll zu es wirkt so der Film Napoleon als ob sie sauviel Material gefilmt haben und dann einfach irgendwas zusammengeschnibbelt haben aber es passt auch nicht zusammen ich habe irgendwann mal eine Rezession gesehen und da war das war einer der Kritikpunkte das kann sein wie gesagt das kann absolut sein Josh dass das dass das Militär aber wie gesagt für mich ist das gar nicht mehr so sehr eine der Hauptkritiken was wie groß die Durchschlagskraft an der Kanone ist sondern das also ich möchte es mal so sagen der Rheinbund wird ein einziges Mal in diesem Film erwähnt ein einziges Mal Spanien wird überhaupt nicht erwähnt nicht einmal der Rheinbund wird im Zusammenhang erwähnt wenn er die Rheinbund Truppen für den Zug nach Russland den Russlandfeldzug sich holt wird er einmal erwähnt Preußen wird erst erwähnt bei Waterloo das ist ich habe gedacht ich spinne der gesamte Italienfeldzug wird nicht gezeigt stattdessen sieht man kurz mal eine Schlacht in Ägypten und das ist etwas was ich auch gehört habe das soll historisch gar nicht passiert sein was in Ägypten passiert ist das angeblich auf die Pyramiden geschossen hat habe ich gelesen soll nicht stimmen aber da schießt er auf die Pyramiden und der ägyptische General fällt tot vor Schreck vom Pferd er wird nicht mal getroffen das ist einfach nur wääh das ist so Dinge wo man einfach dann keine Worte mehr hat für ok wir werden jetzt hier mal Truppen rausschmeißen und neu rekrutieren also für die Kavallerie brauchen wir wie ihr sehen könnt noch den Schmied also holen wir uns jetzt hier ein paar Pistoliere Geschichte ist nicht Geschichte Herr Herr Scholz aber aber Confessor Cromwell wir wissen doch alle das war Obelix der Sphinx die Nase abgebrochen hat das kann nicht Napoleon gewesen sein genau wie Josch das schreibt wir wissen doch das war Obelix ja ich muss nicht tippen Josch ach Leute also meine Frau also meine Frau hat gestern auch wunderbar gesagt ach Gott das kann ich jetzt nicht machen sie hat schon lange nicht mehr so einen schlechten Film gesehen und vor allem das Schlimme ist der Film ist ab 12 eingestuft dieser Film ist niemals ab 12 also ich bin froh dass meine Kids die waren auch mit dabei dass die nicht zart beseitet sind das sind keine Kids die ein Safe Space brauchen oder so ihr wisst schon ich habe trotzdem mal nachgefragt geht es euch gut und sie meinten ja mit einem Film weil so Guillotine Szenen fand ich schon uncool und das ab 12 ich weiß nicht wie sie diesen Film ab 12 einstufen können sei mal an dieser Stelle auch einfach mal nur mal angesprochen das geht aber eher so Richtung ja Altersfreigabe und so ne das ist fragwürdig und wie gesagt also wenn ihr unbedingt euch mal so richtig schön fremdschämen wollt dann geht in diesen Film also ich sag's mal so selbst ohne historisches Wissen werdet ihr es schaffen euch fremd zu schämen weil Napoleon einfach so unglaublich scheiße dargestellt ich weiß gar nicht wie es anders sagen soll er wird einfach scheiße dargestellt er ist auch leider obwohl ich eigentlich den Jacqueline Phoenix als Schauspieler sehr sehr schätze schafft er es nicht und ich schiebe das aber tatsächlich auf den Regisseur also auf den Ridley Scott er schafft es nicht das Charisma von von Napoleon einzufangen in keinster Weise was ich aber wie gesagt auf die Schnittart schiebe Josh meint da würde mein Herz als Geschichtsstudent anfangen zu bluten du meinst wenn du den Film angucken würdest ein bisschen Selbstgeißelung tut dir doch gut Josh oder nein ganz im Ernst also nur ich sag's absichtlich nur wenn ihr wirklich leiden wollt aber nicht auf die gute Art dann schaut euch diesen Film an wenn ihr auf die schlechte Art leiden wollt wenn ihr der Meinung seid also genau eine Depression vor Weihnachten könnte ich brauchen dann schaut euch den Film an ansonsten nicht es ist absolut schade was mit dem Film gemacht wurde Ostland Gerne doch Strolch So Tür meint ein Tritt in die Eier wäre jetzt genau das richtige weil es gibt Leute die brauchen das es ist ja kein Geheimnis dass es solche Leute gibt also wenn ihr zu denen gehört ihr müsst euch jetzt nicht outen dann viel Spaß Brolundar meint das aktuelle Kino nimmt Geschichten und presst sie in die aktuellen Frames Verschwendung von Lebenszeit ja wobei ich nicht sagen würde das aktuelle Kino das war schon immer so es ist nur so dass es derzeit eine größere Polarisierung dessen gibt weil inzwischen die Menschen also nicht alle aber es gibt inzwischen mehr Menschen die deutlich mehr Wert auf historische Genauigkeit legen und wissen wollen oder es verbildlicht sehen wollen was damals vermutlich wirklich passiert ist wenn man sich mal anguckt wie frühere Filme in den 90ern in den 80ern und davor aber auch in den 2000er Jahren gemacht worden sind das sind alles Filme die ein Spiegelbild ihrer aktuellen Zeit sind also der Einfluss des Filmemachers geht immer mit rein nur was wir inzwischen halt einfach haben ist dass die Geschichtswissenschaft eine deutlich größere Fangruppe nicht nur bei Computerspielen sondern auch bei Filmen hat und vielleicht schiebe ich sogar darauf dass Computerspiele mit ihrer gestiegenen akkuraten Art weil es auch genügend Historiker gibt die aufklärend die ein Interesse wecken für diese Themen die Leute davon überzeugt haben dass gewisse Dinge nicht richtig sind wie die Darstellung ist und das sind die Leute die dann sagen also Entschuldigung was was soll das denn ich habe den Film gestern absichtlich unter der Prämisse mir angeguckt ich blende jetzt einfach mal alles aus was ich glaube zu wissen weil ich ja schon wusste dass der Film nicht gut sein dürfte aber ich habe trotzdem die Fähigkeit mich geistig in einen Zustand zu versetzen und dann nur die Sachen anzugucken als ob ich den Film vor 20 Jahren geguckt hätte ohne all dieses Geschichtswissen ohne das Interesse für bestimmte Themen oder bestimmte Genauigkeiten und deswegen ist mir aufgefallen dass alleine der Film zum Beispiel schon an der an der Art und Weise wie die Beziehung von Napoleon und seiner Josefin behandelt wird schon scheitert weil er 30 Prozent seiner Zeit mit diesem Beziehungsquatsch statt mit wichtigen geschichtlichen Fakten und Auswirkungen für Europa und so weiter und so fort behandelt und das ist der Teil der aus meiner Sicht dann halt die Gesellschaft spaltet dass die einen damit cool sind weil sie keine Ahnung und kein Interesse an der Geschichte haben und die anderen für die dieser Film eigentlich aus ihrer Sicht gemacht ist die werden nicht bedient und die sind natürlich dann entsprechend enttäuscht vielleicht sogar sauer genau der Film ist überall als schlecht oder durchschnittlich bewertet selbst Durchschnitt ist noch Lob für den Film die Kurfürsten ziehen in den Krieg oh Gott wisst ihr warum bekomme ich eigentlich keine imperiale Autorität ich werde nichts unternehmen Kacke das Ton wurde vernichtet das auch nicht gut Magic Clown liebt Geschichte und war so enttäuscht in den Filmen so viel Zeit um sich die kaputte Romanze anzusehen ja richtig also es ist halt einfach nur eine kaputte Romanze ich versuche gerade eben auch geistig irgendwie ein Beispiel zu bringen um zu vergleichen mit was ich das eigentlich vergleichen könnte also es ist nicht ganz richtig wenn ich das jetzt hier sage aber ein bisschen war es so als ob man sich Twilight angeguckt hätte nur statt Vampire gibt es halt Kanonen aber es ist halt immer noch Twilight in gewisser Weise das ist halt und dann die Sicht sozusagen nicht von dieser Belle oder wie sie geheißen hat sondern von ihm nur dass er halt kein Vampir ist sondern er ist halt Napoleon und ich fand Twilight auch schon scheiße okay das ist halt Geschmackssache aber für mich war Twilight nie gut weil ich halt schon aus der coolen Welt von World of Darkness komme und halt weiß was coole Vampire sind deswegen ist für mich so Twilight für mich immer so das maximal negativste was du sein kannst wenn es um Romanzi geht geht für mich ist einfach militärischer zugang erzahlt dafür ja gerne er würde aber glaube ich noch mehr zahlen genau die Glitzer Vampire ich habe ich spiele seit also nicht regelmäßig aber ich spiele seit über 20 jahren inzwischen sind es schon 23 jahre Vampire the Masquerade ich habe auch die pc spiele seinerzeit gespielt und bloodlines finde ich immer noch eine offenbarung also bloodlines war damals eine offenbarung war ein richtig geiles aber vom pen and paper ja ich habe das pen and paper mehrfach gespielt sowohl dark world als auch dem masquerade wir haben einmal sogar eine eigene variante gehabt da haben wir so eine mischung aus so anfang der camarilla gehabt da haben wir auch im viktorianischen zeitalter gespielt viktorianisches zeitalter london da hat es meinen charakter sogar geschafft der sheriff von london zu werden das fand ich cool damals nia lana meint twilight ist kein vampir film das sind glitzer bloodlines 2 hoffe ich auch aber es gibt halt auch ein paar red flags ja drake das kann man so zusammen fassen also der film napoleon ist definitiv weder fisch noch fleisch also es ist halt auch für mich total verwunderlich wie man zu diesem schluss kommen kann diese komische romanze da rein zu bringen und wisst ihr so also ich möchte euch einfach mal quasi klar machen wie sie hello scale die kam ist aber unerwartet warum ich diesen film so fragt wo die schrecklich finde oh ich glaube wir haben jetzt gleich ein problem oder zwei oder dreißig so langsam aber sicher glaube ich haben wir ein problem hier tut sich was oder es ist nicht cool ich halte die füße still das könnte jetzt hier problematisch werden ne also wo ich halt echt gedacht habe mich tritt ein pferd und ich meine wirklich also ich bin fremdschämend im kino gesessen war also waren wirklich diese die die sex szenen zwischen napoleon und josephine weil er halt wirklich so an sie rangeht und sie ins ohr grunzt währenddessen noch die bediensteten da sind und also es war einfach schlimm ich kann es gar nicht nachmachen ich will es auch gar nicht nachmachen der hochdruck leck wir müssen erstmal so weit kommen dass wir sowas haben Leute wir müssen noch warten handelsware fertigungslinie also da waren mehrere sachen dabei wo ich mir gedacht habe und warum habt ihr geglaubt das ist irgendwie gut nein das würde ich nicht also es war einfach hast du eigentlich mal der darkest hour gesehen den habe ich schon mal gesehen den habe ich mal gesehen den fand ich recht eindrucksvoll warum habe ich das gewusst okay tja das war dann mal unser sieg hier oder ich nehme die kohle also ich sage es mal so napoleon kann man mal versuchen anzugucken wenn der firma kostenlos irgendwo gestreamt wird aber gibt kein geld für dann spiel ich wieder hochelfen wir hatten vor zwei monaten hochelfen wir hatten vor zwei monaten hochelfen also ich werde auch wieder hochelfen spiel vielleicht mache ich auch tatsächlich hochelfen nach nach dem jetzigen projekt mit günner auf youtube möglicherweise die feste die festen soll bitte minas tiere heißen machen feinde des staates wir hören die lehns treue mit dem geld okay wir sind es also mehr oder weniger dazu verdammt wie viel kann man hier eigentlich klicken also dann wird hier die feste soll soll nun minas tiere heißen minas tiere da ist schon wieder so einer jetzt kommen auch die waldelfen stehen auch an meiner pforte ich habe so langsam aber sie das gefühl sie spielen das spiel alle hassen balthasar die neue serie auf netflix it feels so a little bit seht ihr was ich meine ah ne ok ariel ist hier also wenn jetzt noch ein paar boll dazu kommt äh haltet die linie und tödliche klinge sie sind alle gegen fortschritt ja ich glaube es auch ich bin am überlegen ob ich jetzt hier einen hinterhalt lege das problem ist bloß wir und hinterhaltschance ne aber ich will eigentlich hier karagirn mir holen ach ja wie dieses empire vor die hunde geht na ariel die mehrjugendfrau der greifen minas tiere dann na gut i can live with it er nicht er hat es nämlich nicht überlebt vielleicht denkt auch die ki dein legendary lord heißt balthasar geld der muss das muss der mörb doch hoffenweise geld und gold horte ja das stimmt ja sogar dass ich geld und gold horte ähm witzig er zahlt mir sogar geld dafür cool ey aber ihr seht ne er hat einiges an land also ich bin guter dinge dass das imperium nicht völlig vor die runde geht und wo bleibt rohan ja die reiter von rohan sind ja hier die bretonen und was um den bretonen zu halten ist wissen wir alle dankeschön feinhörb für den risa am 21 ich habe übrigens auch gehört dass der film napoleon wohl von den franzosen als beleidigend aufgenommen worden ist tatsächlich bin ich sogar der meinung gewesen dass ich mich als deutscher von dem film beleidigt gefühlt habe weil der film wie gesagt nur ein einziges mal den rheinbund erwähnt also wirklich nur erwähnt einmal fällt der begriff also quasi das gesamte europa ist für diesen gesamten film unwichtig gewesen für den zu meint ich finde es schade dass es so ausschaut dass in der modernen filmindustrie es nicht mehr um die geschichten selbst geht sondern nur darum dass möglichst viele diverse charaktere bildzeit bekommen und diese masse leiden sie dann drunter die man keine bildung mehr zu diesem aufbauen kann finde ich bedingt eigentlich gar sage ich jetzt mal ein thema also für mich ist eigentlich also du meinst jetzt quasi dieses woken ist und so das spielt für mich überhaupt gar keine rolle ich bin weder für noch dagegen ich bin also ich halte mich aus dieser thematik komplett raus weil ich nicht verstehe was das eigentlich soll dieser streit also die ganzen streits sind da in meinen augen völlig banane weil sie am eigentlichen thema vorbeigehen es ist kein problem einen film historisch akkurat zu machen und trotzdem zu sagen wir nehmen aber trotzdem leute unterschiedlicher hautfarbe und wenn es halt einfach nur andere darsteller sind also ich habe nicht mal ein problem damit wenn man einen achilles schwarz macht wenn man hat von anfang an halt einfach sagt ja das ist nicht historisch das ist rein fantasy das hat man früher auch schon so gemacht dass man frei nach aber dann muss man halt von anfang an verkaufen und darf nicht sagen so wie bei diesem kleopatra film das ist historisch nee dann sagst du einfach es ist kein historischer film und schon nimmst du im grunde den leuten weitgehend die kritik weil dann jeder weiß okay dann ist es nichts für mich aber in dem moment wo du halt einfach behauptet etwas wäre historisch und es ist es aber nicht dann ist das geschrei natürlich groß und das ist das große fehler der filmindustrie das ist der große fehler weil das dann halt letzten endes zum aufschrei führt und in gewisser weise durchaus zu recht also der fehler ist eigentlich dass man versucht etwas also im grunde muss man eigentlich sagen dass es gar nicht so ist dass ich bin weder dafür noch dagegen im grunde werden diese ideologien oder diese ideen sowas wie wokeness oder was auch immer oder auch black life matters bewegungen werden von der filme industrie ausgeschlachtet für ihre zwecke man könnte auch wenn man wenn man es krass sagen würde stellenweise werden sie sogar vergewaltigt von ihnen zweckentfremdet weil man glaubt man erreicht damit eine gewisse zufriedenheit einer bestimmten zuschauerschaft oder man erreicht damit sogar mehr zuschauer aber das gegenteil ist der fall weil man damit bizarre situationen herstellt in denen sich am ende keiner mehr wiederfindet also man was heutzutage versucht wird und das ist in meinen augen der eigentliche fehler ist dass man für alle versucht einen film oder eine serie zu machen statt einfach zu sagen und das ist für diese zielgruppe das ist für die historien liebhaber das hier ist für die leute die gerne einen farbigen helden sehen wollen und glaubt mir die würde es geben wenn man nur bereit wäre zu suchen da braucht man keinen black panther dafür und dasselbe ist natürlich auch für wokeness und sonst irgendwie das problem ist bloß man versucht alles über einen kamm zu scheren und das funktioniert halt einfach für die meisten menschen nicht weil sich darin fast keiner mehr wieder findet und ich rede auch von denen leuten die es betrifft genau man will dass alle sich den film anschauen weil geld und das ist genau der punkt der funktioniert nicht das ist halt genau der springende punkt das ist halt nicht funktioniert weil es du kannst nicht alle leute in eine zielgruppe gießen das funktioniert einfach nicht du kannst nicht mehr du kannst nicht mehr jetzt bist du mein bedingt ich sag es mal so confessor crumble bedingt ich weiß nicht ob sie wirklich also ich glaube ein gewisses maß und publicitieren ist ein gewisses maß an wie soll ich sagen wie heißt es noch mal wenn man widerstand erzeugt ich denke wisst was ich sagen will ein gewisses maß an öffentlicher diskussion will man aber was halt so in den letzten im letzten jahr so passiert ist ich glaube das hat teilweise die grenzen dessen gesprengt was die teilweise selbst erwartet haben und damit konnten auch teilweise nicht umgehen du was du hast du halt ganz ganz massiv merkst ist dass ganz ganz viele von diesen filmemachern nicht wissen sie verschlimmern die situation teilweise durch ihre aussagen indem sie dann direkt gleich alles irgendwie in eine ecke stellen hast und ja warte mal der hat kein bock mehr auf krieg ne den krieg behalten wir noch ganz kurz ein bisschen ich hole mir noch mehr von die also da wirst du dann halt gleich in die frauen feindliche oder die schwarzen feindliche oder sonst um die ecke gestellt und ich will nicht bezweifeln dass natürlich auch leute dabei sind die sind definitiv dabei und das ist eine schande dass manche leute so drauf sind aber es sind halt nicht alle, weil wenn du dann halt quasi alle über einen Kamm scherst, dann bist du genauso schlimm wie die, die du verurteilen willst, dann bist du genauso schlimm wie die Rassisten wenn du quasi jemanden, der einfach nur geschichtlich anmerkt, bla 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 aber das ist doch so und so nicht gewesen und den dann einen Rassisten zu nennen, dann bist du selber auf der Stufe der Person, wie du ihn versuchst zu verurteilen und das raffen die einfach nicht und deswegen halte ich mich bei solchen Diskussionen auch weitgehend raus, weil es unreflektiert ist, es ist einfach unreflektiert oder um es auf normaldeutsch zu sagen, es ist dumm es ist eine dumme Art mit Social Media umzugehen weil die Leute dann natürlich empört sind und sagen aber ich hab doch gar nichts gegen Schwarze, ich hab doch nur gesagt dass das so und so ist oder ich hab doch nichts gegen gegen LGBTQ ich hab nur gesagt, das ist so und so oder ich hab doch nur gesagt, die Uniform ist falsch versteht ihr, was ich meine? weil halt einfach das Echo dann irgendwann mal so groß ist aber es liegt halt einfach an Social Media also es gibt halt auch einfach Gründe warum ich mich halt auch nicht warum ich kein Reaction-Youtuber bin weil das total behämmert ist da finden keine Diskussionen statt sondern im Grunde ist dieses ganze Reaction-Gedöns diese ganzen Meinungen auf Twitter zu diskutieren ist einzig und allein der Selbstzweck für den Creator selbst da geht es nicht darum jemandem wirklich was beizubringen den Zuschauer eine neue Perspektive zu eröffnen sondern da geht es für die meisten die damit richtig Kohle machen es geht nur um die Kohle es geht um die Klicks es geht darum ich will ein Reizthema haben dass selbst die Feinde meiner Position mein Video angucken weil dafür bekomme ich auch Geld weil so funktioniert YouTube wenn du es schaffst quasi dass die Gegner deiner These ein Video von dir anschauen und sei es nur um dir einen Dislike zu geben dann ist es ein Klick sie haben vielleicht sogar mehrere Minuten lang vielleicht sogar das gesamte Video geguckt und haben wahrscheinlich sogar Werbung gucken müssen und das ist das eigentliche Problem ne 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 Türneal Kritik ist nicht erwünscht ist nicht ganz richtig sie sind überfordert mit der Kritik sie haben eigentlich eine komplett andere nennen wir es mal Vision von dem was sie eigentlich machen wollen das sich aber grundlegend dem widerspricht was der Zuschauer der die Kritik äußert ich rede jetzt nicht von dem Zuschauer als eine Person sondern von dem Kritik äußeren Zuschauer sich unterscheidet diese Vision es gab einfach eine also da gibt es einfach eine krasse Diskrepanz zwischen dem was sich die Leute vorstellen wann man kann ich das ja nicht ich will jetzt auf jeden Fall auch noch mal ein oder zwei oder drei Mörser haben warte mal wir hauen uns hier mal 1 2 3 ne war mal 1 2 3 4 raus und holen die satte drei Mörser in die Armee und weil aber ihr müsst euch das so vorstellen ich habe ja auch sehr sehr viel mit Wall of Text zu tun und wenn ich gerade in den Chat gucke ist das noch einigermaßen überschaubar aber wenn du dir vorstellst dass hunderte vielleicht sogar tausende Leute auf Twitter auf Facebook per E-Mail auf dich einschreiben und die wenigsten schreiben wie ihr dann in solchen Situationen bei so einer Kritik ähm nur eine Zeile sondern da gibt es manchmal Wall of Text und irgendwann mal ist es es ist so dermaßen überfordernd glaube ich für diese Leute die halt auch es nicht gewöhnt sind mit so etwas umzugehen erst recht wenn da noch so was dämliches wie Morddrohungen dazukommt wisst ihr darunter machen es die Kritiker heutzutage ja nicht mehr es sind ja gleich Morddrohungen wo man sich auch nur überdenkt also ganz im Ernst was stimmt mit diesen Leuten nicht was stimmt mit solchen Leuten nicht die so etwas schreiben also ganz im Ernst in meinen Augen alle Anzeigen alle im Knast leider passiert das nicht jemand der Morddrohungen ausspricht egal aus welchem Grund Knast das ist meine Meinung das geht nicht das hat nicht nur was damit zu tun dass man so etwas nicht macht sondern das ist brandgefährlich weil ihm irgendwann macht es einer wollte ich nicht stress vermeiden ja du siehst wie schwer mir oder wie leicht mir das Felser Rallye du magst wie leicht mir das es ist es ist nicht leicht und okay das hier gewinnen wir easy ähm ich rede mich gerade in so ein bisschen in Rage aber manchmal ist es auch ganz gut wenn man so etwas abbauen kann das eigentliche Problem ist halt einfach was ich sagen will die Leute sind überfordert und jeder normale Mensch wäre damit überfordert und in dem Moment wo du einfach die Klappe halten solltest und einfach sagst nee ich sag jetzt nichts die intelligenteste Situation bei sowas ist ist erstmal nichts sagen und gucken wohin sich die Diskussion bewegt irgendwann mal musst du dann schon mal was sagen aber das Beste wäre dann einfach quasi dann was Reflektiertes zu machen oder zu sagen okay ich sehe wir haben offensichtlich unsere Kunden unsere Zuschauer was auch immer enttäuscht wir werden versuchen herauszufinden exakt wo es gibt viele verschiedene Stimmen die in verschiedene Richtungen sich beschweren wir werden versuchen es beim nächsten Mal besser zu machen und das dann auch wirklich versuchen weil es ergibt ja keinen Sinn dann auch noch stur auf seiner Meinung zu beharren und dann zu sagen quasi so ja aber wir haben ja trotzdem recht das versteht was ich meine das ist so da sind wir wieder an dem Punkt dass das unreflektiert ist und völlig behämmert ich hole mir noch einen vierten Mörser was haltet ihr davon nochmal 1,2,3,4,5,6,7,8 ähm ich bin sogar der Meinung dass ich zwei von diesen Autos mir hole so wir warten immer noch darauf dass wir jetzt hier die nächste Stufe machen oh geil nicht anderes Pack mit den Waldelfen I like woran ich also ich stelle halt bei solchen Situationen halt immer wieder fest dass halt unser Bildungssystem im Sinne von wie zieht man eigentlich einen Menschen zu einem reflektierten Menschen weil das ist ja leider etwas also reflektiert sein hat nichts mit Intelligenz zu tun nichts du kannst reflektiert sein als besonders intelligenter Mensch du kannst aber auch nicht reflektiert sein als besonders intelligenter Mensch du kannst auch als normal durchschnittlich intelligenter Mensch und du kannst sogar als unterdurchschnittlich intelligenter Mensch reflektiert sein es ist eine Erziehungssache natürlich hat der intelligente Mensch es leichter es zu verstehen warum reflektiert sein besser ist das ist der Startvorteil des intelligenten Menschen aber trotzdem alle können es lernen woran unsere Gesellschaft generell scheitert woran die Menschheit nach wie vor scheitert ist Selbstreflexion Selbstreflexion in viele Menschen zu bringen oh rücksichtslosigkeit in Ruinen ja dann nehmt man mein Geld Karagirn in Minas Morgul äh bum bum rot dafür musst du äh Kanalpunkte ausgeben okay jetzt haben wir mehr Rang bei der Rekrutierung für Infanterie jetzt könnten wir auch mal auf Artillerie uns hier mal ein bisschen spezialisieren das traut alles in also jetzt jetzt haben wir eine etwas diversifiziertere Armee wie ihr sehen könnt und wir gehen mal warte mal kann ich in die Offensive gehen oder das ist eine dumme Idee ne ich kann in die Offensive gehen ich kann wir gehen jetzt hier hin wir gehen hier in den Niederhalt und dann wird hier Grenzstadt unser neues Ziel Minas Morgul okay macht Arkadol raus Minas Morgul gemacht äh Drake mein Zitat mittelalter internet ist eine riesige ist was Mittermeier ich sag mittelalter erst gelesen äh das ist eine feige Sau das Verstecken hinter seinem einem nickname hat sehr viel zerstört und ist ein großes Problem des Internets ähm ja das sehe ich auch so wobei man muss dazu sagen also früher hättest du früher wäre es auf jeden Fall nachverfolgbar gewesen es wäre auch im kleineren Rahmen gewesen dann hättest du halt irgendwie in deinem Verein oder in deinem Stammtisch hättest du es halt mit deinem Gesicht und deinem Klarnamen hättest du normalerweise dann einer Person gesagt boah das finde ich voll scheiße oder den finde ich voll doof ne aber es wäre immer noch so gewesen dass es auf dich zurückverfolgbar gewesen wäre heutzutage ist es halt wirklich so dass die Leute so feige sind und nicht zu ihrem Wort stehen ich kann diesen Reflex natürlich nachvollziehen weil man oh will ich jemanden konfederieren das Reikland jetzt schon konfederieren ne mach ich noch nicht ist mir zu gefährlich momentan das Reikland hält mir ein paar Probleme vom Hals das darf auch ruhig noch ein paar weitere Probleme mir vom Hals halten aber ich verstehe was Mittermeier damit sagen will und ich stimme ihm teilweise zu es hat auf jeden Fall dazu geführt dass einige Probleme größer geworden sind sie sind nicht kleiner geworden sondern größer oder man könnte auch sagen die Leute zeigen was sie zeigen eher was sie denken aber haben und das ist die Ironie des Internets also das merkt es ja insbesondere wenn es um Politik geht völlig egal bei welcher Partei äh also egal gegen welche Partei gewettert wird möchte ich sagen es gibt ganz viele Leute die sich hinter Pseudonymen verstecken sind meistens die radikalen Parteianhänger die dann radikale Sprüche von sich geben und sich dann quasi unter Pseudonym verstecken weil sie ihnen die Politiker nicht mehr authentisch genug sind und das ist die traurige Ökonomie des Paradoxon sich selber hinter einem Pseudonym zu verstecken okay jetzt habe ich Krieg mit dem Blöden's Graben ähm aber gleichzeitig wiederum mehr Rückgrat von der Politik zu verlangen ist halt einfach Paradoxon das ist völlig ne kriege ich könnte ich auch wieder eine Krise kriegen manchmal die Bot-Trolle ja ja das ist richtig die gibt's auch manche sind ja sogar bezahlt man weiß ja zum Beispiel dass Putin da einige unterhält in St. Petersburg muss es dann ganz ganz große Troll-Farm geben die für ihn Propaganda auch im Westen verbreitet das hatten wir sogar schon auf dem Discord also wir hatten wir haben auch schon also ich habe keine Ahnung was es für welche waren aber wir haben auch schon Leute die auf Kyrillisch auf meinem Discord geschrieben haben gebannt weil wir gesagt haben ey sorry wir wollen keine Propaganda auf meinem Discord weder für die eine noch für die andere Seite wir sind ein Gaming Discord was soll das das ist interessant dass ausgerechnet die Wägen dabei drauf gehen würden Menschen sind nun mal paradoxe Wesen das stimmt das stimmt aber ich schiebe das immer noch darauf dass wir immer noch als Menschheit in puncto Erziehung hin zur Reflexion zur Aufklärung scheitern und die Gründe dafür sind glaube ich mannigfaltig da gibt es nicht den einen Grund es gibt viele Gründe dafür ob ich das glaube ich glaube da findet viel statt ich sage nur dass man das von denen weiß wir sind definitiv vielerlei Propaganda ausgeliefert ganz ganz klar pro Lundar auch westlicher Propaganda ich sehe es bloß von der Seite dass ich definitiv mich nicht in einem Land sehen möchte dass sowas macht wie Russland du kannst es sehen wie du willst aber das ist jetzt westlicher Egoismus aus meiner Sicht aber ich habe lieber den Amerikaner als Verbündeten als den Russen als als vorherrschende Macht in Europa bei dem was ich sehen kann definitiv und das ist einfach die Wahrheit die man sich in dieser Situation eingestehen muss ja ich finde auch viele Scheiße was die Amerikaner machen aber das Leben ist halt einfach kein Zuckerbäckerland du musst dir einfach darüber im Klaren sein nicht nur dass du deine Schlachten selber entscheiden musst welche du schlägst sondern dass du auch entscheiden musst wie du leben willst und damit definieren sich deine potenziellen Verbündeten das heißt nicht dass sich dadurch deine automatischen Feinde auch definieren weil es gibt ein Sprichwort das ist ziemlich dumm in meinen Augen das habe ich als Kind immer wieder gehört aber das ist ziemlich dumm und ich werde ihm sofort widersprechen ich habe als Kind immer wieder gehört zum Streiten gehören immer zwei das wurde immer zu mir gesagt als Kind wenn ich in irgendeinem Konflikt drin gewesen bin aber das stimmt nicht in gewisser Weise stimmt das nicht ich erkläre es euch ganz kurz warum natürlich gehören zum Streiten immer zwei weil in dem Moment wo du dich wehrst ist es ein Streit aber wenn nur einer streitet es ist Mobbing versteht ihr was ich damit sagen will also es ist immer so eine Seite kann entweder nicht aufhören oder eine Seite fängt an und solange eine Seite ein Aggressor ist funktioniert das einfach nicht zu behaupten dass alle dran schuld sind und du musst dann im Zweifelsfall irgendwann mal entscheiden auf wen du hörst oder wem du glaubst und die Frage muss dann für dich selber lauten was ist für dich gesünder was ist besser für dich und deine Familie über eine Sache können wir uns glaube ich einig sein der Amerikaner wird keine Drohnenangriffe über Deutschland durchführen um Leute bei uns abzuballern und ich finde es auch scheiße dass sie das in anderen Ländern machen ich finde das definitiv scheiße weil das ist absolut ein Verstoß gegen 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 Geld ist recht auf internationaler Ebene und so weiter und so fort und ich finde es kacke dass sie das machen aber die Alternative ist das was Putin macht der dann halt einfach in den Land einfällt und er hat kein Hehl daraus gemacht dass er das vielleicht als nächstes in Estland versuchen will es ist nicht gerade hilfreich dass ihr nicht flieht mit blöden Wägen ich weiß schon warum ich kaputt gehe weil ihre Kompetenz zu wünschen übrig lässt ich sage nicht dass es mir egal sein kann ich sage nur dass ich sage also das was gerade eben zum Beispiel in der Ukraine oder in Palästina passiert das ist deutlich tödlicher als das was davor war auf einer globalen Ebene und deswegen ist es ein so großes Problem und deswegen ist es so dermaßen nicht erstrebenswert ich weiß nicht ob sie in der EU sind weiß ich gerade eben tatsächlich nicht ich glaube Estland ist auch in der EU doch die sind in der EU meine ich bis wann ich streame so 13.30 14.00 Uhr wir haben absolut null verluste finde ich mega geil wer ist das es wäre cool zu sehen wie viel Lehnstreue man bei denen schon hat aber ja doch ich gebe das zurück ich meine auch dass es in der EU ist ich glaube die ganzen waldischen staaten da oben nur Norwegen ist nicht in der EU nur Norwegen ist nicht in der EU soweit ich weiß weil sie an einige sachen sich nicht halten wollen ne doch mal die sind in der EU oder war Norwegen nicht in der EU ich glaube die waren nicht in der EU oder haben die nur den Euro nicht ach komm wer weiß das alles schon so genau das ist aber auch nicht das entscheidende das entscheidende ist für mich so dieses große ganze wie sich teilweise verhalten wird Norwegen ist nicht Teil der EU genau wusste ich es doch richtig sind aber beide im Schengen Abkommen ja es gibt ja mehrere Ebenen das macht ja auch Sinn selbst die Schweiz hat ja seine Verträge mit der EU müssen sie ja haben sonst sind es im Grunde als Binnenland mehr oder weniger gefangen ich sehe es auch so in AniSkills dass wir froh sein können dass wir niemals Krieger leben mussten aber die Frage ist vielmehr bleibt das so das ist die Sorge die mich umtreibt seit 2 Jahren mich treibt die Sorge um bleibt das so das ist einfach das Problem also die Sorgen sind absolut berechtigt und ich möchte mal gerade eben den Teufl an die Wand malen der mich jetzt der Ewigkeiten besorgt nächstes Jahr sind in den USA Präsidentschaftswahlen was ist wenn Donald Trump gewählt wird niemand kann wissen was der Mann sagt ob er das wirklich umsetzt aber der Mann droht tatsächlich damit die Demokratie abzuschaffen in den USA er hat es wirklich ausgesprochen der hat inzwischen eine Art zu reden wie Hitler zu seiner Anfangszeit und der hat schon mal gedroht dass er aus der NATO austreten will und jetzt sage ich euch mal was das bedeutet wenn die USA aus der NATO austreten das ist der Freifahrtsschein für alle die gegen die NATO vorgehen wollen und wir haben halt auch mit Ungarn und auch mit der Türkei Wackelkandidaten ob man denen wirklich trauen kann in solchen Situationen und ich würde mal behaupten dass Deutschland militärisch nicht auf sowas vorbereitet ist die Briten die würden helfen aber die haben keine Kohle deren Wirtschaft ist völlig am Arsch die Franzosen sind die Franzosen bei denen weißt du nie ob die nicht kollabieren innenpolitisch meine ich ob die innenpolitisch kollabieren also äh it's dark times also es ist einfach eine gewaltige Unsicherheit die ich äußerst bedenklich finde oh Valtanu das große Problem mit Israel ist ähm Israel hat eigentlich ich so viele komplexe Probleme ich weiß du hast es vor ein paar Wochen schon mal gefragt ich bin nicht prädestiniert dazu denen Tipps zu geben das große Problem ist und das ist es was ich vorhin gesagt habe es ist halt leider eben nicht so dass es zwei braucht um zu streiten es reicht auch einer und selbst wenn jetzt das eigentliche Problem an der Situation ist es ist ja nicht so dass es zwei Personen sind sondern es sind zwei Gruppen und es sind auch noch heterogene Gruppen sowohl unter den Palästinensern haben wir eine heterogene Gruppe wir haben auf der einen Seite die Hamas die ganz ganz maßgeblich in Palästina den Ton an gibt also Entschuldigung im Gazastreifen den Ton an gibt und die Fatah die im Westerjordanland zwar den Ton an gibt und die sich auch gegenseitig hassen das ist schon mal die eine Heterogenität innerhalb der Palästinenser und oh jetzt kann ich hier wieder was konfederieren ähm ne das machen wir immer noch nicht und die Hamas ist ja gerade eben das eigentliche Hauptproblem ne alleine die Hamas wird niemals aufhören Israel aus dem also auflösen zu wollen egal wie die Werte das ist deren einziger Existenzgrund das muss man sich klar machen auf der anderen Seite haben wir Israel die dort der Meinung sind und das ist auch tatsächlich aus meiner Sicht zu Recht so dass sie das glauben also es ist zu Recht so dass sie das glauben dass es der einzige Ort ist an dem sie leben können aufgrund von historischer Gegebenheit Zweiter Weltkrieg Mittelalter Judenverfolgung und so weiter ähm und die machen natürlich auch nicht alles richtig die machen auch vieles falsch da gibt es gute Leute ich glaube sogar sehr viele gute Leute sehr viele gute Leute aber es gibt halt auch wie immer so es reichen schon wenige sehr sehr dumme Leute oder sehr sehr wenige Egoistische oder bösartige Leute um riesige Probleme für eine gesamte Gruppe zu erschaffen insbesondere wenn wir Leute in Sippenhaft nehmen oder wenn wir so eine dämliche völkische Verantwortung die ich für Bullshit erachte aber wenn wir so tun als ob quasi ein Volk für das Handeln weniger ihrer dann sind wir wieder beim ersten Weltkrieg dann sind wir wieder an dem Punkt warum Österreich Serbien den Krieg erklärt hat versteht ihr das ist doof also eigentlich ist es so dass Israel intern versuchen müsste quasi diese Aggressivität gegen die Palästinenser immer weiter einzustellen das haben sie soweit ich weiß auch versucht aber natürlich nicht hundertprozentig Hallöchen Teklador also das ist genauso wie bei uns du hast immer Leute bei ein paar Millionen die du nicht in den Griff bekommst die dann Straftaten begehen die gegen Gesetze verstoßen aber das ist dann eine Frage der Diplomatie aber du kannst auch nur diplomatisch mit jemandem umgehen der dich nicht vernichten will das eigentliche Problem in meinen Augen ist nach wie vor es müsste und ich weiß nicht wie das möglich ist aber es müsste zu einer Situation kommen in der die Waffen schweigen und zwar auf beiden Seiten in dem beide Seiten aufhören aufeinander zu schießen wie gesagt ich habe keine Ahnung wie man das anstellen soll weil immer wieder damit wieder angefangen wird und wenn es Einzelpersonen sind dann sind es Einzelpersonen dann gibt es Einzelpersonen egal ob auf israelischer oder auf auf Hamas Seite die dann wieder Provokationen durchführen und die dann wiederum die andere Seite weil die halt alle schon so extrem getriggert sind wiederum triggern und solange das nicht aufhört wird es da keinen Frieden geben bis eine die andere Seite ausgelöscht hat und jetzt sage ich etwas ganz ganz trauriges und ich meine nicht dass es passieren soll sondern etwas was ich befürchte ich befürchte dass es wirklich erst dann der Fall sein wird wenn eine Seite die andere ausgelöscht hat und das macht mich sehr traurig weil es mir wieder mal zeigt dass der Mensch halt dann doch nur bedingt vernunftbegabt ist bedingt aber leider halt nicht voll und dann könnte man darüber nachdenken wenn sie aufhören aufeinander zu schießen wenn sie friedlich aufhören aufeinander zu schießen dann kann man anfangen darüber nachzudenken ob man eine Zwei-Staaten-Lösung macht oder eine andere Lösung ja Steven sagt es gerade eben ganz ganz gut die Faschos in Israel und die Nazis der Hamas scheinen es darauf ankommen zu lassen richtig also wir reden halt einfach davon von zwei Seiten die hochgradig extrem teilweise sind und ich rede nicht von allen Leuten sondern von einigen die aber halt leider sehr viel Einfluss auf das Geschehen nehmen können und damit darauf wie der gesamte Konflikt weitergeht die abgibt hier mal gerade mal ein paar Truppen zurück aufrecht Oh die Serbizäne naja die finde ich gar nicht cool so schießt drauf ich muss mich gerade mal kurz mal konzentrieren und ich sag mal so ne also auch diese thema das haben natürlich auch mein blut ein bisschen belastet nicht unbedingt dazu beigetragen dass ich entspannter durch die das probleme aber das hat alles teil des problemes das hat wir im letzten ist auch gut ist aber zu match weltschmerz alles andere und wie gesagt wir brauchen es gar nicht so sehr über profilität von denen der ein oder andere glaubt das ist es geht hier nicht um aufrechnen was ich jetzt gerade eben hier schon wieder sehe was im chat teilweise passiert ist das versuch wird aufzurechnen nein frieden funktioniert nur wenn man damit aufhört man muss aufhören mit aber der hat das und das gemacht nein so kann frieden nicht funktionieren das ist nur wieder konfliktschüren es ist konfliktschüren wieder zu sagen aber der hat das und das gemacht das ist kindergartenniveau das leider erwachsene durchführen es solange es nicht das ist die einfache analyse die einzige einfache analyse die möglich ist beide seiten müssten aufhören nicht eine nicht die andere beide und das ganze geht seit 60 jahren und wir wissen dass es leider nicht aufhören wird und das ist die eigentliche traurige wahrheit genau deshalb wird es keinen frieden geben richtig klar genau deswegen wird es keinen frieden geben zumindest keinen frieden der ohne verluste stattfindet sauber mein dauerhafter frieden kommt nur durch vergibungen gespräche richtig aber das schlimme an der ganzen sache ist das ist halt nun mal kräfte dort gibt die nicht wollen dass es zu einem gesprächsfrieden kommt es gibt und das ist wie gesagt etwas was ein fakt ist die hamas will israel vernichten und sie wollen sie nicht nur aus jerusalem oder aus israel verjagen sondern sie wollen wirklich die juden töten egal wo sie sind auf der welt selbst wenn sie sie aus israel vertrieben hätten die sind so drauf und deswegen ist es für mich indiskutabel mit hamas zu sein das ist absolut indiskutabel für mich also ich kann da nur mit dem kopf schütteln ich rede nicht von den palästinensern sondern ich rede von der hamas die palästinenser tun mir leid weil die sind de facto einem system unterworfen selbst also selbst wenn du ein palästinenser bist hast du im grunde eigentlich nicht viel die wahl auf welche seite du dich stellst du kannst dich nur neutral stellen und das ist wahrscheinlich dort schon eine gradwanderung in gaza oder du stellst dich auf die seite der hamas und da hast du sicherlich wahrscheinlich vergünstigungen dann geht es dir wahrscheinlich sogar besser weil du für den dann besser behandelt hast und es ist leider nicht verwunderlich das ist wie bei jedem totalitären regimen du hast du die wahl wenn du nicht gegen sie kämpfen kannst weil du zu schwach bist weil du zu wenige bist kannst du dich entweder nur neutral stellen oder dich auf die seite derer stellen die deine potenziellen unterdrücker sind auch das gebe ich mal zurück und das ist halt alles das problem und es ist viel komplizierter als alles was ich mir traue vorzustellen so wir haben jetzt hier wieder so einen kleinen puffer ausschaffen der mir sehr sehr wichtig war theoretisch könnten wir noch durchlaufen und hier doch eines migdalen allerdings hier holen wir gucken mal wir machen doch mal halte linie und die goldene maske naja die frage ist die waren sie moderat oder haben sie sich moderat gegeben du darfst du nicht vergessen dass sowas auch verarsche sein kann politik bedeutet mehrheiten zu erschaffen egal wie also selbst wenn du in einem autokratischen system bist du musst ja trotzdem als autokrat eine mehrheit hinter dir versammeln von den leuten die deinen scheiß für mich ausführen und wenn du erstmal in die macht kommen eine totalitäre macht herstellen dann musst du erstmal im zweifelsfall dich moderat geben das ist dieses typische frosch im topf beispiel wenn du einen frosch kochen möchtest dann machst du die pfanne nicht auf volle pulle und setzt dann in die volle pfanne den frosch rein der springt sofort raus sondern du setzt ihn in die kalte pfanne oder den kalten topf und dann drehst du langsam die temperatur hoch der frosch wird die temperaturänderung nicht bemerken bis es zu spät ist und genauso funktioniert politik wenn du ein totalitäres system erschaffen willst in kleinen schritten du gibst dich gemäßigt und packt dann aus was du wirklich vor das kann man immer wieder beobachten wenn es jetzt nicht gerade eine militärische umsturz ist also ein richtiger militärische umsturz ist natürlich etwas anderes wenn es ein richtiger putsch ist aber ich rede davon wenn es auf diese art und weise passiert und weil halt die palästinenser halt auch intern machtkämpfe haben mussten die sich halt moderat geben das ist so meine persönliche interpretation es ist nicht meine meinung es ist meine interpretation was ich für möglich halte weil ich habe nicht genug wissen über all das um mir eine meinung zu bilden ich kann nur nuancen für mich abschätzen und sagen ich halte das für möglich ich halte das für wahrscheinlich aber wissen tue ich es nicht und alleine deswegen sehe ich mich nicht imstande einen tipp zu geben ich kann nur sagen ich ahne wohin das führt langfristig das ist jetzt hier völlig egal wie rum ich drehe ich drehe es einfach um so unsere kanonen schießen schneller mehr munition geschoss resistenz nicht braucht man nicht noch mehr geschoss starke für artillerie ich sag mal so matt henry das das ist für mich keine diskussion ob ein land ein recht auf seine existenz hat definitiv hat israel ein recht auf seine existenz in meinen augen du kannst nicht einfach hergehen und jemandem das existenz recht abspricht das ist auch wieder äußerst fragwürdig wenn man das täte aber natürlich haben auch die palästinenser ein recht auf einen eigenen staat aber das ist gar nicht die diskussion die diskussion ist nicht ob die ein recht darauf haben die eine oder die anderen beide haben ein recht darauf das problem ist und das ist das was niemand lösen kann wie schafft man es dass beide es bekommen und sich gegenseitig in ruhe lassen das ist das eigentliche thema das selbe kannst du halt auch anwenden auf den russland ukraine konflikt und habt ihr von venezuela gehört in lateinamerika venezuela ist übrigens auch am säbel rasseln und möchte ein benachbartes kleineres land überfallen ja taiwan das ist ein alter hut das wissen wir alle was machen wir hier ich mache das hier ich will diesen land ein bisschen nach oben pushen und an der stelle leute sage ich immer wieder jeder hat das recht auf seine meinung aber ich empfehle jedem bevor er eine eindeutige unverrückbare meinung annimmt zu dinge für ihn selber nicht existenziell sind macht es ihr so wie ich das ist nur ein tipp das ist keine aufforderung und maßt euch an keine finale meinung zu haben weil ihr euch selber eingesteht und ich weiß es ist schwer sich das selber einzugestehen aber sich selber einzugestehen ich weiß leider zu wenig darüber und kann da leider nicht helfen und es gibt eine weisheit die definitiv stimmt und das erleben wir auch heutzutage immer wieder im internet es wird nicht besser nur weil noch mehr menschen für die eine oder für die andere seite krakelen es macht mehr sinn die stimme der vernunft zu sein es gibt zu wenig stimmen der vernunft und die vernunft fängt damit an sich selber einzugestehen wenn man etwas nicht genug weiß und im zweifelsfall dann zu dem schluss zu kommen ey leute wenn ihr nicht aufhört egal welche kriegspartei wir nehmen dann werdet ihr euch gegenseitig vernichten oder der eine wird den anderen vernichten aber die frage ist zu welchem preis für den anderen dann gebe ich ich wurde diese woche schon als philosoph bezeichnet wobei ich mir das nicht anmaßen möchte ich möchte kein precht sein definitiv nicht wenn der precht als philosoph gilt dann will ich kein philosoph sein weil der ist mir zu neun mal klug oh guck mal wir haben wir haben möglicherweise den nächsten leben mit und toten ich wollte eigentlich hier jetzt hin marschieren aber ne 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 der soll mal besser gehen äh ich weiß das pro lundar und ähm im grunde wenn man sich mal anguckt wie russland sich unter putin verhalten hat seitdem putin an die macht gekommen ist wird einem relativ schnell klar dass er das von anfang an geplant hat der hat nie frieden gewollt der hat von anfang an versucht den westen um den finger zu wickeln von anfang an die belege kommen jetzt immer mehr raus ach guck mal es ist auch er wieder hier ja ja eine tiefgreifende diskussion können wir nicht machen es ist ja auch es ist ja auch alleine deswegen keine diskussion akadol weil ich kann reden ihr könnt nur schreiben und ich krieg teilweise nicht mal alles mit was er schreibt das ist halt das ding es ist eher ein frontalunterricht der hier stattfindet mit hin und wieder mal wortmeldungen also und selbst richtige talkshows sind ja schwierig äh ja definitiv klausel er ist halt ein kgw agent also man merkt halt einfach so ein bisschen ey guck mal wieviel imperiale autorität ich schon angesammelt habe ähm ne mit denen mach ich noch keinen ähm ähm der ist halt einfach jemand der es nie verkraftet hat dass halt die sowjetunion untergegangen ist die wollen das halt wieder herstellen aber er gehört wahrscheinlich auch zu denen die vielleicht nie richtig kommunist waren also letzten endes das was die sowjetunion am ende ja war hatte ja mit kommunismus überhaupt nichts mehr zu tun das war rot angemalter nationalismus das war imperialismus in meinen augen ganz klar und die sind jetzt halt an der macht kommunismus ist eine utopie mein okomichi die am menschen immer leider scheitern wird das glaube ich auch ich glaube auch dass es am menschen immer scheitert ich glaube das maximal mögliche ist so was wir das was wir in deutschland haben so eine sozialdemokratie aber selbst die reibt sich ja ordentlich an sich selbst es gibt natürlich auch so was wie demokratischen sozialismus aber ich glaube so was und ich glaube auch lustig und ich glaube auch der wird den werden wir nicht erleben weil ich glaube das maximal mögliche am menschen also dass der mensch bereit ist so etwas mitzumachen ist glaube ich eine sozialdemokratie weil die ausgeprägte individualismus des einzelnen verhindert also aktiv verhindert nicht mehr passiv immerhin bauen wir das jetzt hier aus und dafür macht mir sorgen ach du ahnst es nicht boah da wüsste ich jetzt aber grad gar nicht wie ich gegen die kämpfen soll hallo äh alles ungünstig doch sind ich glaube schon dass es echte kommunisten als einzelne persönliche personen gibt aber nicht als personen gruppe als staat also es gibt sicherlich menschen die sowas tun würden und ich glaube auch dass es derzeit welche gibt aber oder die es aushalten könnten aber es gab nie eine staatsform die wirklich kommunistisch war sie wird halt in dem moment korrumpiert sobald macht kämpfe stattfinden und alleine die tatsache dass es zum beispiel in russland was ja zur sowjetunion geführt hat zu äh militärisch notwendig war es durchzusetzen das ist jetzt doof ähm ist eigentlich schon der geburtsfehler von so etwas wie kommunismus ähm ich glaube nicht dass wir das schaffen können nicht mal ansatzweise aber sie haben auch nur geplündert naja es gibt eine offizielle definition steven für kommunismus musst du jetzt nicht jemand anderes im chat abfragen was kommunismus ist das kann man einfach googeln ah ok das hast du so gemeint sind ja wie gesagt ich gebe da nur mein senf dazu was ich denke mehr kriegseifer feinde des staates tschüss wir verbessern jetzt hier auch bei talerbeck land unseren wert bei ihnen geilo also unseren treuen wert also diese armes inzwischen ist nicht mehr so unschlagbar jetzt doch dass es wieder kaputt geschlagen wurde das nervt mich ja so langsam aber sicher könnte es auch mal anfangen das ist ja auszubauen was sagt die diplo insus meint kommunismus als staatsform funktioniert nur dann wenn alle kommunistisch sind jede andere staatsform funktioniert mit unterschiedlichen parteien beziehungsweise funktionieren ist auch so eine ansicht sache ja so funktionieren tun sie schon also nichts funktioniert perfekt das ist halt immer so ein ja so ein drahtseil akt sage ich jetzt mal aber ja also kommunismus kommunismus kann kann kommunismus demokratisch sein oder kann das nur sozialismus also ich habe mal neulich eine definition gesehen ich weiß allerdings nicht ob die stimmt dass kommunismus alleine nur durch waffengewalt durch repression funktionieren kann weil de facto bei kommunismus bist du ja besitzlos also nichts gehört dir so wie ich das erst mal meine konföderation verstanden habe ich weiß allerdings nicht ob es stimmt ich bin kein politikwissenschaftler so das jetzt gehört jetzt mir hier viel ist es nicht aber besser als nichts ich müsste jetzt eigentlich sogar noch eine armee bekommen haben jo dann schmeißen wir das alles mal raus geilo tschüssikowski tschüssikowski mehr haben wir jetzt ja glaube ich gerade gar nicht mehr ne doch ihn haben wir noch aber der muss auch raus alles china ist eine ein parteiendiktatur ja definitiv sie nennen sich zwar kommunisten aber ganz einfach mit kommunismus haben sie so viel zu tun wie ein eisbär mit äh keine ahnung vegetarismus ich oh jetzt will ich das jetzt direkt wieder ausmachen ja doch wir bauen es aus mein problem ist wenn ich jetzt mit dieser armee dahinten hingehe dann ist sie völlig außerhalb der zugrechtszone und ich mache mir sorgen um das was er hier tut genau nordkorea hat auch nichts mit kommunismus zu tun das sind einfach nur also das kann man am besten mit äh vietnam verstehen ich habe mal eine doku gesehen wo vietnamesen wegen dem vietnamkrieg interview geworden sind lol wo kommt denn die zweite drecksarmee her Ach nö Fuck my life Ähm Ja also nochmal zurück zu dem was ich sagen wollte Weil damals ja die USA und der Westen So wahnsinnig Angst hatten Dass die Sowjetunion irgendwie ihren Einfluss Nehmen könnten auf Den gesamten Osten Und Da ging es den Den vermeintlichen Kommunisten Unter den Unter den Wie heißen sie nochmal Vietnamesen Nicht darum dass sie unbedingt Kommunistisch werden wollten Sondern Sie haben sich einfach der Seite zugewandt Der Das unterstützt hat Was sie liefern Was sie haben wollten Und Ja was soll ich sagen Wahrscheinlich wären die nicht kommunistisch geworden Oder Es wäre vielleicht anders gekommen Wenn die USA nicht Aus dem Vietnamkrieg So ein riesen Ding gemacht hätte Also die Interviews waren dahingehend Der Kommunismus war den Soldaten Völlig egal Sie haben sich auch nie als Kommunisten empfunden Sie haben halt einfach nur für diese Seite gekämpft Damit Der Feind In dem Fall die Amerikaner Oder die Europäer Davor waren es ja die Franzosen Endlich ihr Land verlässt Also Es geht nicht immer um Ideologien Und genauso ist es auch Glaube ich Zu verstehen Ideologien sind manchmal auch einfach nur Eine false flag Sie sind manchmal einfach eine Lüge Einfach eine Behauptung Ich fasse es nicht Dass ich das angeblich verlieren würde Und genauso sehe ich es auch bei China Und genauso ist es auch bei Nordkorea Und genauso war es auch bei der Sowjetunion Das war einfach nur Eine Behauptung Eine Mär Eine Erzählung Zur Nachtsicherung Derer die in diesem Moment An der Macht waren Stalin Die Kim Familie Mao Und alle die danach kamen Hallöchen Chaos Drache Weil diese Leute selber Ja nie Unter diesen Ach so kommunistischen Verhältnissen Leben mussten Die hatten ja nie Die hatten ja nie Den Zwang Den die andere Also die normale Bevölkerung hatte Das muss man sich einfach klar machen Und alleine deswegen sind das keine kommunistischen Regime Sondern Das sind scheinkommunistische Regime Die einfach behaupten Kommunistisch zu sein Ein paar einzelne Staatselemente vielleicht haben Die kommunistisch anhauchen Aber Nicht mal für alle Birthday guys So So hier fahrt er war dazu ich habe keine ahnung was meine männer machen aber sie sind auf jeden fall mal wieder typisch dumm sogar unfassbar dumm aber da kann man die nukularakete hat jetzt echt probleme gemacht Die Wägen müssen hier noch hin und die haben völlig vergessen. Ich muss die mal gerade mal aufteilen, ich habe ein bisschen nie was. So, ihr müsst da drüben noch hin, sie fliehen es hier auch endlich. Es kommt da dummerweise noch die zweite dämliche Armee. Ich habe immer noch keine Musketiere, möchte ich mal an dieser Stelle betonen. Ich habe immer noch keine Musketiere. Das ist noch irgendwie so ein dämlicher Held, der mich stört. Du machst es den hier alle. Ach, come on. Die blöden Ratten mit ihrem blöden Zeug aus der Erde. All rich, rock on them! Body Emperor, to battle! Finisher, understood! For Held and Hammer! So, ihr müsst es drüben noch hin. der fliegt endlich hier geht alle dahin wir haben sie wieder gesammelt halleluja es bleibt auch da geblöden die dahin hier geht dahin so der kraft läuft und bedenkt was wir alle nicht benutzen dürfen so jetzt wollen wir hier die goldenen hunde da ran oh yes er ist nicht immer dann doch mal gekümmert haben ich habe keine ahnung wie es geschafft hat die mir zu fliegen aber so zeit dass wir uns jetzt mal um wir wollen der ist dauer ich freue mich darauf wenn ich endlich richtige musketiere sind noch eine radling kanone die mir gerade in sorgen jetzt fliegt die radling kanone gut die kommt also nicht mehr zu schützen ok jetzt kommen sie auch in die schusslinie von denen so du musst die artillerie ausschalten mein freund der wagen ja nichts mehr zu lachen die windkrieger werden jetzt hier im streitwagen modus angegriffen streitwagen modus schön druck aufbauen so da haben wir jetzt können wir nochmal wunderbar drauf schießen ich bin überrascht wie gut es eigentlich geht ok komplett weg so wir lassen gerade immer noch mal die artillerie also ich bin auch überrascht es hat vier mörser auf einmal dann doch eine ordentliche rumpfwirkung haben so ja das war es ok hi pinsi grüß dich dankeschön für deinen resub auf stufe 2 im 63 wir haben wieder keine einheit verloren ich bin sehr zufrieden wie das hier läuft mit der truppe jetzt müssen wir bloß noch gucken dass wir endlich mal anständige soldaten haben also welche die halt auch wirklich gewehre haben was ich schade finde ist dass es keine infanterie gibt beim imperium die granatwerfer haben sondern nur pferde wir nehmen das geld genau bei der artillerie hi karimox das ist doch kacke neue rezeptur noch mehr geschossstärke wie kann ich da verlieren der hat immerhin schon mal jetzt ein klarer man das nicht gut eine der wenigen dinge die ich gerade gut finden darf in betracht dessen was sie widerfahren ist ich mache noch mehr munition ja dass ihr könnte da gibt es bessere dinge lasst uns mal die fertigungslinie machen einkommen oder industrie haben wir ja kaum getreidespeichermachen ja komm es bauen wir das halt doch noch aus ich habe es abgebrochen karimox ja ich habe sie vorhin am anfang des streams behandelt du meinst das hier das haben wir vorhin ausgiebig gemacht die erste dreiviertel stunde ich denke auch sind wir haben lange genug über das politische thema geredet machen wir nicht oft manchmal muss es sein weil es betrifft uns ja irgendwie dann doch peripher alle in einem mehr oder weniger manchmal muss man halt darüber reden vor allem wenn es einen belastet aber ich habe euch gesagt was ich euch empfehle das heißt nicht dass man sich raushalten soll sondern dass man nicht eine seite einfach mal so wählt das ist meistens nicht so eine gute idee ich nehme das prestigio prestigio und helfe damit welcher speckens packt für lust und automatische high speed back wo weiß ich ehrlich gesagt gar nicht weiß ich nicht ob der immer noch so schnell ist spiegel und speckos ich spare jetzt doch darauf dass jetzt hier zu bekommen es ist ätzend aber was ist das beste was wir da tun aber mein jahr wurde er es gibt es eine mod dafür wenn wir dann schon gibt es eine mod dafür dass speckos ein of need for speed macht halbischen hose passt nicht grüße genau speckos mit tempo 400 wobei es auch glaube ich so ist dass ich weiß es nicht irgendein anderer kann ich meine dass ich irgendwo gelesen hatte dass angeblich auch die schwester des zwielichts unter umständen diesen back hatten aber das habe ich nicht getestet ja prestig die ober kommen ich weiß ich habe sie gesehen und bin nicht glücklich darüber ach hier sitzt wieder nur noch bis mich tiefer im wald und habe nur noch 45 prozent das ist doch einfach nur noch bananen ich sehe es kommen übrigens dass das unsere erste stufen 57 sein wird i have a feeling about is okay wenn die ober jetzt so kommen dann bin ich mal gespannt ob ich sie reinkommen zum eiskönigin hey die mag mich ja sogar ich will dass sie mich noch mehr mag ich zahle sogar geld dafür für den zugang naja gut unsere hauptstadt wäre eigentlich schon auf stufe 4 gewesen wäre sie jetzt nicht angegriffen worden von sneaky skarven also ich habe die zweite skarven armee ich weiß nicht mal wie die hierher gekommen war da war auf einmal plötzlich eine zweite skarven armee und wir standen ja hier wir konnten ihr nicht helfen das war halt der abfuck in dem moment oh ja so los das hat also es ist überraschend wie viel kohle man mit den kruftkönigen in diesem spiel machen kann wenn man einfach mal ein paar hallo ich danke dir für deinen daran mag man halt einfach ich stoppe auf jeden fall diesen krieg daran mag man hat einfach mal das aber auch im endgame ich kann sie abfangen ich kann sie abfangen ich bin weiß ich das sind mir zu viele helden da hier wo 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 probieren wir müssen sie ja loswerden die eine oder andere art der ober ist ganz schön matschig inwiefern ja ja ich muss uns ist meine stadt weg ich weiß dass es bis jetzt hat auch die völlig falsche art von waffen die wir hier haben mein sohn warum ist meine artillerie so weit hinten wisst ihr das würde ja sinn macht mit mörsen über so einen hügel zu schießen wenn man so weit schießen könnte jetzt können die das aber nicht so wirklich das ist das eigentliche problem wir machen es folgendermaßen jeder zweite einfach deswegen weil die da vorne den feindern aufhalten die können da noch schießen ihr geht hier noch mit ihr flankiert die hier und da geht schon los For the Emperor! Quick march! In range! Charge! By Ulrich's wrath! At speed! Obey! Ready for war! Das dumme ist halt, dass unsere ganzen Zauber halt auch kaum was gegen die Ohren gewohnt haben. Die sollten nicht erwischt werden. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, warum die Wäge stehen bleiben. Nein,VESCOME ON! Warum abwischen wir immer die Teiche ein? That's me! Free to parade! Realveying! Finish up, how to drive! Shoot them! Take position! Der verlötlichen Kampf, ja. Und ich weiß nicht, wie lange er noch durchhält. Oh, kacke. Wow, wir haben es geschafft, sie abzuwehren. Da kommen sie schon wieder an, eh. Welle um Welle. Ein bisschen sind die Oberschonfer wie Skarven, ne. Nur im Fett. Die Fette Skarven. So wirkt es auf mich zumindest. So wie die ständig ansturmen und wegrennen. No lingering. Eieieieieieiei. Aber wir haben es geschafft. Oh Mann. An der Stelle sind wir noch mal gesagt, morgen Mittag um 14 Uhr spielen wir, das wird übrigens wieder ein Placement, also ein Werbe-Stream, hier kommt man dafür Geld, äh, spielen wir Warhammer 40.000 Rogue-Trader im Stream. Mein erstes Eindruck davon ist auf jeden Fall besser als mit dem Spiel in Bayern. Und jetzt, wo es auf Deutsch übersetzt ist, versteht man auch endlich, was er spielt in einem Bild. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. naja solange aber sicher sind unsere militionäre richtige elite truppen die elite miliz aber um deine antwort zu geben doch ich habe die vorbereitet habe ich in dem sinn und nichts ich habe nur mal reingespielt und zu gucken wie es ist geschoss starke nee das ist das falsche mehr rüstung für alle mehr rüstung für alle ich muss es nicht selbst aber es war knapp für manche einheiten nicht ja ich weiß immer nicht was ich überlasse den das einfach mal gucken was dann passiert aber wahrscheinlich greifen sie direkt das ist eine rebellenarmee so lustig es geht nicht erst wenn sie was gibt wenn sie die die siedlung genommen haben hatte ich ein bumbum brot grüßt geile frische buddha brüttung zu my private study hallöchen zu spa da seht ihr es kam nicht mal dazu aufzugeben damit zufriedene bevölkerung das ist doch schön okay wir können wieder warten und regenerieren jetzt können wir wieder aufbauen was durch den melonen plan nennen das ist ein stein gar zu grad eben denn ich probiere es mal ich nehme steingarten von rechts weil das einzige was ich gerade noch benennen rohne ist also stein was ist jetzt die melonen klamm klamm einer muss handelszöllen was ist das ja einmal der schwellenwert der lebenstreue unter dem die fraktionen bürgerkriege und sezationen auslösen wird um 1 reduziert auch ganz ganz brauchbar aber ihr seht ich habe noch keinen bürgerkrieg das ist gar nicht so schwer wenn du dich mit denen nicht an also wenn du wirst du mal kein anderes imperialen fraktionen dann geht das eigentlich noch ach gucke mal der sitzt da oben also eines der hauptprobleme wenn ich jetzt gerade eben solche challenges spiele fällt mir so richtig auf dass das eines der hauptprobleme von total war hat wirklich die lange dauer ist die es braucht bist du bestimmte einheiten rekrutieren kannst das ist ein richtiges problem in meinen augen naja wir müssen sehr defensiv sein march das ist die ausgangslage wir haben auch leider zu viele gegner um uns herum ja ja das leider kann man hat auch nicht kapitel ich mache ja auch wieder geld eine finanzielle konzession zwei sind und kann ich jetzt mit diesen zwergen gefrieden machen sind ja karakieren ist man ja man sollte nicht anderes man mit mir anlängen und schon finden die mich nicht mehr so kacke naja ich bin ja immer noch der meinung friedrich dass man einfach die einheiten auf pro armee limitieren sollte dann würde man dieses problem ich habe ein bisschen angst dass der jetzt hier vorbeikommt und alle gemacht aber guck mal die kai kann hat auch solche länder überhaupt nicht halten sie schafft es einfach nicht ja sowas wie upgraden oder sowas in der art genau friedrich oder das einfach gebäude dann hast die diesen einheiten dann neue fähigkeiten geben dass du vielleicht gebäude bauen musst um sie abzugraden aber innerhalb ihrer eigenen klasse zum beispiel dass sie dann plötzlich schilde bekommen dass sie bessere rüstung bekommen ja ein anderer ansatz ich habe gewusst dass okay erpresst ja dann bezahle ich halt ich will ja kein krieg ich brauche jetzt nicht noch einen der mir den krieg erklärt hier gibt es ein brandhuhn okay was ist ein brandhuhn knopf augen habe ich mir nie gehört also wir gucken jetzt endlich dass wir musketenschützen herbekommen und das normale reiter ritter des imperiums nicht ich will es hat auch ein paar ritter haben ich muss jetzt ein paar entscheidungen in diese richtung treffen die haben 10 rüstung 26 30 die haben ein viel krassere nahe kämpfe an die sind aber auch viel teurer die ritter des sonnenordens die haben auch noch zusätzlich ein bisschen zauberresistenz aber das weiß nicht ob mir das wirklich weiterhilft der ist schon hier in flensburg scheiß leid ich bin mal wieder so krank und bewege mich in die richtung das mutland wieder ins imperium zurückzuholen ach so ich muss ja noch das brandhuhn machen ja feuerangriff ist ja ganz nett aber halt nur gegen untote so richtig oder gegen bäumchen aber beides sind nicht unsere gegner gerade ebenso recht ach ja ach ja 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 inzwischen würde ich schon ganz ganz gerne mal deren beziehung zu wissen das ist ja eine fraktion mit 0 die würde ich gerne konföderieren aber die darf ich mal wieder nicht ich würde tatsächlich einen wagen verlieren ich kriege mich nicht mehr ein wird in der pfanne flamm flammiert also ein flammiertes huhn wusste ich nicht doch sowas gibt ist das irgendwie so eine lokale spezialität oder so ein brandhuhn hoffentlich werden vorher die 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 fehler gerupft sonst wird es vielleicht ein bisschen stinken hier machen wir den mörder kram hin ich habe das gefühl dass es fast besser war als in einer reihe gestanden haben ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher ja so was sind das ja ich achte sind die miesen Bleispucker die muss ich ganz schnell tot schießen und schon werfen sie spitzes zeug es wir haben wir für die Emperor ready for war taste gold magic armor ok ok kümmert sich jetzt wieder die fliehen jetzt auch langsam tja die kommen halt zu der schießerei mit einer peule läuft nicht so gut für die kann man sagen was man will läuft nicht so gut sie wird zurück sie wird zurück sie muss in diese Richtung zurückziehen komplett zurückziehen selbst das immer noch und vorbei läuft eigentlich ziemlich gut für legendär will ich mal behaupten mit dieser challenge aber da muss man halt auch wie gesagt vorsichtiger spielen kann mir halt einfach gerade eben bei der armee hat auch einfach überhaupt nicht leisten viele verluste zu haben zumindest aktuell nicht ich bin auch ehrlich gesagt nur überlegen also das werden wir im neuen jahr dann auf jeden fall weiter spielen das hat potenzial hier tja nee das hier wird geplündert und besetzt der kurfürst hat mehrfach verkackt so jetzt können wir hier das brandhuhn machen hier gibt's brandhuhn es ist hoffentlich ok wenn ich das für dich so ein bisschen zusammen schreibe wegen platz ich müsste eigentlich auch brandhuhn normalerweise dann so geschrieben werden äh metall zu gold mehr kampfzauberer das wollen wir nicht dann machen wir noch mal mehr hunde der gehinders wo noch ein schild also das mutland ist jetzt meins das ist das hier kaputt ich will jetzt dringend noch mehr verteidigung haben dass er nicht nochmal so ein unsinn passiert den wir da erleben mussten das sind unsere sieben hier plündert oder so ein käse brauche ich echt nicht ich finde es immer noch witzig dass es also da würde ich mir auch irgendwann mal einen DLC wünschen Leute in dem hier dann Halblinge sind dass hier Halblinge reinkommen das fände ich so geil ja es ist so ähnlich wie das online war immer so ein bisschen hühnerreiter und suppen katapult das wäre doch der gag schlechte hin das wäre so fantastisch für das suppen katapult ja einfach nur so als fun fraktion wäre doch einfach nur geil ja ich hätte mir das suppen katapult damals am allerliebsten gekauft aber es war nicht mehr verfügbar und danach haben sie es rausgenommen ja das problem ist dass ich glaube bei solchen sachen muss eventuell auch dingens zu sagen ich glaube da muss auch gw sein grünes licht geben vermute ich ja komm der brathuhn bomber das habt ihr aber viel ey wenn ihr so weitermacht habe ich jetzt heute noch bock auf brathuhn brathuhn bomber im deutschen schreibt man das zusammen wort es ist gut zu sehen fellow suns der med ein nicht angriffspark oh ein hund holy okay sie sind auch völlig im eimer genau ich mache ein defensives bündnis mit ihr mal gucken ob sie den scheiß überlebt die alte asel steht direkt vor ihrer tür die empire oh das ist ganz schrecklich sehr gut ja die ist so gut wie weg oh der hält brathuhn verkäufer der hat ja noch gar keinen namen ah Gott ich muss das aufteilen brathuhn verkäufer der arme kerl hat es als vorname brathuhn was habt ihr getan ich weiß nicht ob wir den dampfpanzer heute hinbekommen für den wir vor zwei stunden gewünscht hast hi hasha grüß dich ich weiß es nicht ob wir den hinbekommen ja du kriegst die punkte dann ja auch wieder zurück nachher genau wir spielen bazar geld mit einer challenge wir versuchen das imperium so zu spielen dass es quasi empire total war ist wir warten noch darauf dass wir endlich musketen haben noch existiert der eishof ich bin überrascht der nation cool ich verliere mal tatsächlich keine einheit warum werden die wägen hier immer so fast kaputt gemacht es gibt doch kein ja wir können besetzen das ja auch ich verstehe das nicht du bekommst erstmal eine bewahrung wir werfen mal den top sidian hier mal ordentlich in den top verschmelzen gibt es eine riesenklinge ja immerhin schon mal dann können wir ihm noch hier mehr rettungszauber geben talismann der auch also wie gesagt er ist ja derjenige für uns fürs grobe deswegen mache ich das so jetzt gerade eben verzauberte objekt haben wir nicht wirklich ich denke mal den talismann der ausschau handwaffe ja du kannst du noch die riesen klinge haben ich wollte meine röse kunden oder armee nördlich von mir ja nicht nur irgendeine ist es sogar krank selbst ich glaube jetzt brauchen wir rostflug ne wisst ihr was jetzt machen wir imperiale armee mehr geschoss schaden für die artillerie oh mein gott die silberschützen oh mein gott oh mein gott ja ich schmeiß die beiden jetzt hier mal raus oder ne warte mal eigentlich rausschmeißen ist eine blöde idee bei der komment kann das hier abreißen und abreißen ready also wir gehen einfach eishof machen wir nicht kein problem der herrscher wir sind auch nicht ewig hier das mutland da verlässt mich der mut dann wird das hier eher zum mutlos land ja ich glaube auch razervor dass es daran liegt dass die ki die wägen immer nach vorne schicken und dann bekommen die schaden aber es ergibt trotzdem keinen sinn weil die wägen sind trotzdem eigentlich schneller als die ogre eigentlich sind sie der perfekte konter für die ogre um sie ins leere laufen zu lassen was nun der stab des wohlan ja dann wo voran und wohlan nein spaß it is best to move i am innocent and we are back in town äh was kostet mich eigentlich diese truppe 113 mal überlegen ein feldherr des imperiums wäre vielleicht ganz gut hier haben wir sogar in stufe 3 ja dem geben wir jetzt hier gleich ein paar truppen ab weil ja wobei schwierig hätte man doch nur sowas wie eine wirtschaft du meinst das mit dem dampfpanzer willst du ändern das können wir machen die silberschützen dieser dann max max genossen oder marx genossen ich verstehe nicht wo das mit dem max her kommt wir kommen zurück zauberer die wagen baut immer zu viele unfälle ja es hat also nicht genau ach weil wie der charakter aus der freisch schutz kenne ich gar nicht ich weiß nicht ob es ein buch oder ein film ist gebe ich zu meine unwissenheit ist legendär offensichtlich also gut wir geben jetzt hier kurz mal 1 2 3 nehmen wir drei von den boots ne komm ich gebe schon vier von den boots hier ab und dann macht er hier einen Schritt nach draußen hier rein dann regenerieren wir nochmal schneller dann holen wir uns hier mal die silberkugel und 1 2 3 musketenschützen und ja ich weiß dass wir dann ein bisschen minus machen aber das ist dann halt so was ist die emperor bilder bei sigma ist recht die empire wir müssen jetzt halt gucken dass wir so bald wie möglich noch mehr kohle machen oh man wie wichtig das ist fertigungslinie einkommensindustrie hilft mir nicht weiter handelsproduktion von rohstoffen einkommen aus handelszöllen ja das könnte uns helfen apropos handel cool die ostmark ist bereit hier um kohle zu zahlen militärisches bündnis mit dem eishof das arena bids you welcome warum nicht ok wir haben grenzstadt verlassen da können wir leider auch nix machen ist halt echt bitter ne hallöchen hordrick grüß dich und hallöchen auch an killer neuen dankeschön für deinen resub im elften schönen guten tag sieg marx oh den finde ich gut steve genossen von sieg marx oh gott ich habe ja jetzt seit gestern habe ich jetzt auch die kostenpflichtige variante von chat gpt da kann man auch bilder malen lassen wenn ich ich muss mal versuchen ob das funktioniert also das geht leider nicht so gut weil die copyright sachen nicht machen also diese diese ki aber vielleicht kann man es so aussehen lassen nach dem motto dass sigma jetzt hat der mir wieder den krieg erklärt dass sigma quasi wie marx wäre oder so das wäre super lustig das bauernschinder hartholz reikland konfigurieren ja machen wir jetzt ok jetzt würden wir sogar die vampirin bekommen also der moment in dem unser geld hoffnungslos zugrunde ging der hat ja auch richtig truppen also erstmal weiß ich dass ich dir leider rausschmeißen muss dir muss ich leider rausschmeißen ich muss das hier das 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 rausschmeißen schweißen praise beta sigma in der name of magnus wo gibt es jetzt hier mal all den kram an ihn hat schon 33 helden hat schon 33 helden i am prince and emperor wisst ihr was ich jetzt mal mache ich mache jetzt mal wirklich mal das da nicht holen wir doch jetzt einfach einen neuen der das hier kurz mal übernimmt dann haben wir noch mehr glaube ich armeen ja hallo aber auch weitgehend illegales volk ich bin überrascht krass ich bin überrascht krass ich bin überrascht ich bin überrascht ich bin überrascht der ist eine brauchbare sigma priester machen wir mal auf die armee ist zu teuer muss ja immer noch einsparungen vornehmen hier der rotstift wird angesetzt der level 6 kommt weg der kommt auch weg der kommt sowieso weg es ist ärgerlich aber die müssen alle weg die einzige armee die ich jetzt hier noch gelten lasse ist die da mit der würde ich am liebsten hier wird bad nehmen oder auch flensburg ihr seid jetzt hier wieder einigermaßen am start ich würde es in richtung flensburg marschieren wollen genau bauern schinder hart holz für einen helden hart holz der bauern schinder hart holz der kommandiert ist hier diese armee man kann ich ja eigentlich noch keine truppen rekrutieren das dürfen wir nicht vergessen und ich muss es mir auch mal meine gesamten gebiete mal anschauen ich habe ja schließlich jetzt hier so was wie alter alter faller wie alt dort für kraut und rüben ist das hier fliegt raus das ist okay dampfpanzer die mich greifen nee das brauchen wir auch nicht mehr grünburg würde ich doch ist das teuer 4000 in mir schreit etwas sehr laut vor allem der schwäbische teil was ist ich mache mal hier mehr einkommen aus allen gebäuden ich will mehr geld verdienen hier machen wir noch mal ein bisschen mehr wachstum und ich brauche immer noch nicht beim eishof irgendwas rein ok also wir haben franzel nun konfiguriert grüß dich konsolidierung nennt man das genau wie passen zur aktuellen bundespolitik das habe ich auch gedacht in dem moment jetzt bin ich mal gespannt wie lange ich auch nur die hälfte von dem was ich jetzt hier gerade eben konfiguriert habe behalten darf bevor die kai es überrennt ich tippe nämlich auf bösartige über renn aktion willkommen zu meinem privaten studie war ein apel ist gold will wetter paris whilst we speak das können wir machen also helm guard in wörfs klamm ich guck gleich mal hell hey kommen wir haben die 15.000 ja als aber tatsächlich ulrica sogar ich meine die ist nicht mal kacke das ist oh wir haben eine karavane warte mal die ulrica die ist ja eigentlich eine bogenschüsse sind aber die ist eine heldin deswegen würde sie trotzdem als legal ansehen ja die ist schon ziemlich cool ich glaube ich schmeiße dafür die darauf ne ich lege dir zusammen und schmeiße ein davon raus und nehmen ulrics will das ist gut dass jetzt ulrica da ist dann kann sie gucken ob ulrics wille durchgesetzt wird also die reichsgarde die dürfen wir auf jeden fall haben das wäre legal für uns hatte jemand tipps für setra beim kampagnengebiet beginnen fragt loga friedrich meint daraufhin vielleicht hat günner die im gemeinsamen projekt mit mit mir ähm setra hat ein riesiges problem sobald die zwerge dir probleme machen ansonsten ist mein tipp setra erst langsam aufzubauen gucken dass du gute einheiten bekommst und dein reich es ist es gibt keine allgemeinen tipps die man da geben kann das hängt total davon ab was passiert du musst früh erkennen wer wird dein feind wenn du zum beispiel erkennst dass sowohl volkmar als auch zum beispiel manfred gegen dich gekämpfen das kann passieren das ist ja auch günner passiert dann hast du ein riesen problem du musst also eigentlich gucken dass du im idealfall dir einen von beiden vom hals schaffst also das ist so mein tipp wäre so mein erster aber das ist auch kein allgemein gültiger tipp manchmal ist es auch ganz gut zu gucken ob die beiden sich gegenseitig beschäftigen ihr seht schon das große problem ist es ist schwer eine allgemein gültige aussage bei vielen fraktionen insbesondere bei setra zu tätigen weil es total davon abhängt ja was machen wir eigentlich was kommt da auf mich zu also wenn malik schon bei dir ist dann sind ganz andere sachen schief gelaufen da bist du aber auch schon sehr sehr tief im spiel ja also ich habe gesagt gerade eben schon mal das ist eigentlich generell der tipp also ich gehe jetzt hier nicht um die auf die skorpione ein dass nekrotekten mehr skorpione rekrutieren lassen können das ist sehr sehr praktisch keine frage aber man muss halt einfach gucken dass man zu einer guten elite armee kommt also das beste ist eigentlich in meinen augen nutze schwächen der gegner aus und organisiert ihr so land indem du dich nicht mit einer starken fraktion anlegst sondern du legst dich im idealfall generell alle mit 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 einer kennenzulernen egal welcher eher mit einer schwachen fraktion an die ohnehin schon drauf geht und dann knackst du dir ein teil von dem land raus klassische ob es ist mit den kennenzulernen glaube ich das beste ganz klassisch auch dass wir besetzen ist einfach als namen du hast recht das händel steiger für einen helden und die mürbs klamm genau hier mürbs klamm mürbs klamm und für einen helden wir haben ja noch einen ich glaube ich habe keine helden da sind dämlich ist oberlager was sie keine haben will vor die empera ich habe gerade eben glaube ich muss dann mal gucken ob ich noch helden übrig habe aber ich glaube ich ziehe euch mal definitiv lieber jetzt hier raus weniger rekrutierungskosten warum sollte man so ein käses killen manchmal weiß ich nicht was das spielt wir bauen ja noch mehr verteidigung noch mehr geld und noch mehr wachs vorbei ja doch den haben wir hier also der kann die händel steiger das bayerische so oder ob der baumeister terror chaos wir haben keinen helden mehr wir haben gerade eben keinen helden mehr glaube ich doch ich habe noch so ein basili aber den muss ich auflösen tut mir leid der muss weg ich habe in der armee für den ich nicht mal wusste dass ich sie habe du hast noch ein level up mein freund noch mehr klingenschilder inzwischen hat der ganz ganz gute verteidigung musika steigert jetzt unsere mobilität ich bin überrascht wie gut ist mit dieser armee bis jetzt geklappt hat doch wir haben noch ein dann ist das jetzt hier der baumeister ich habe ein klüster hintergesetzt das war nicht der plan wenn es die empire der geht es mal für mich dahin und ich was hier die hier machen die machen wir nichts die schwarze grube habe ich ja auch drollig aber so langsam aber sicher haben wir das imperium im griff naja sofern wir das imperium im griff haben kann ne 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 du bekommst du mir erstmal nochmal eine klatsche mein freund dich lasse ich nicht im imperium vorher mache ich keinen frieden mit dir und wie gesagt morgen leute ab 14 uhr sind wir live mit warhammer 40.000 rock trader und falls ihr es euch vorher schon holen wollten da könnte man auch seinen rabatt in den chat machen da gibt es ein rabattcode für euch genauso auch für alle die zum beispiel noch bock haben auf pioniers auf pagonia für ein spiel ist gerade mal 25 euro kostet finde ich pioniers auf pagonia übrigens geht ihr die nice ist natürlich nicht vergleichbar mit einem 60 euro spiel oder 50 euro spiel klar aber für die euro spiel finde ich habe müssen ich habe ein bau bin dann ist dann wie sie zu ziehen etwas roby dawn das ist roby dawn heißt noch mehr imperiale artillerie du hast hier noch mehr kampfkampf wir sind schar kenne ich mich aber ich kenne mich in der warme 40.000 welt auch bei weiter und selbst in der fantasy nehme ich mir nicht raus zu behaupten ich wäre ein lohr gott überhaupt nicht ich weiß hat ein bisschen was wird bad ist weg jetzt ist es mein ich bin jetzt auch der offizielle herrscher da der herr hartholz das ist der chef davon bekommt sie den orkh und dann haben wir hier noch karl franz darf natürlich über seinen eigenen kram herrschen den drachenzahn hatten wir nicht noch einen den ich gerade umbenannt habe ich weiß es gerade noch nicht ja ja wotbart haben wir uns geholt so fast also fast ein zusammenhängendes imperium nur das ja halt nicht okay jetzt haben wir inzwischen genügend kohle um zu sagen dass eine zweite armee mit diesem aufbau hier überspringen wir noch mal was habe ich diplomat hier eigentlich klaren angrund haben wir kontakt geil das gesamte diplomatische programm ja jetzt geht es los hier mit handelsabkommen ich finde es immer noch komisch dass ich immer nur eines machen kann ich halte es immer noch übrigens von bug wenn du mehrere handelsangebote angeboten kommt sagt das spiel dann trotzdem immer wieder nachdem du eines angenommen hast mehr kriegst der spieler darf auf gar keinen fall geld verdienen sonst könnte er am ende noch erleben dass das spiel fair sein könnte ach rogel daun ist sogar ein primarch krass ja wie gesagt ich kenne mich da nicht so krass aus also eher nur so rudimentär da schreit wieder rum und macht naja so arm sind wir nicht herrscher wir machen fast 5000 jetzt plus wir waren am anfang sehr sehr arm aber inzwischen haben wir uns gemacht so gegen 14 uhr gewinnen da verkacken wie schon wieder ein angriff die komischen dort männer bei arnau ja ich höre sollte noch fordern und helfe dem erzielt dann hat hochland ist ja auch eine maximale unterstützung und morgen ist immer ab 14 das machen wir nicht verzichten gerade eben auf die quest schlachten die helfen uns gerade eben nicht weiter okay wir marschieren hier rüber jetzt hat auch mündenland unterwegs ich weiß nicht warum aber sie sind hier unterwegs ich glaube ich marschiere euch jetzt hier runter und diese armeen ist ja macht werden jetzt alles ging stiefen hier läuft schon wieder durch meine arten kohle wie viele mörser hast du du hast einen ein bisschen wenig so zwei weitere mörserchen die zwerge haben sich ausgebreitet das kann ich nach wie vor wieder sein lassen das lassen wir sein geht in der diplomatie noch was ich bin überrascht dass ich in den waldelfen so viel spiel machen können in sylvanian hat mit glanz ich lasse mir diesen fliehen ich habe bezahlen also das mutland ist mir ab jetzt egal was muss ich an meiner was allen wenn ihr so wollt so hochland da besitzen wir auch land noch mehr holz reich land da kann ich die mauer verbessern hier bei grünburg übers reich oh gott da laufen grün heute in meinem land rum ich könnte im strahl kotzen das ist doch garantiert schon wieder die offizielle ankündigung und wir gucken demnächst vorbei nein bitte nicht das hier kann raus das hier bauen mit da rein das hier bauen mit da rein da rein da ist der wachentragende version von der baumeister du meinst nach dem motto können wir es töten jo wir schaffen das so stelle ich mir das grad vor aber natürlich mit so einer positiven lebensbejahenden art bitte das war das primarch das würde ihn noch viel schräger da aussehen lassen wisst ihr alle in der warme 40.000 welt sind immer so grimmig und dann kommt dieser eine wohlgelaunte immer auf das bizarrste freundliche typ an ich glaube das ist jemand der würde der warme 40.000 welt richtig angst verbreiten genau mit einem lächeln im gesicht mach's gut josh guten appetit so wir haben 30 einer rekrutiert ich könnte jetzt hochland konfigurieren aber das mache ich noch nicht so diverse charaktere sind jetzt in den diensten bereit but we don't care das sind jetzt einfach zu viele vampire also ich gebe jetzt nochmal einen mörser ab dann gebe ich jetzt hier mal diese drei kavalerien ab zwei davon so 18 eigentlich brauchen wir noch mal eine weitere kavalerie kann ich noch dritte des sonnordens machen nee das habe ich mir selber jetzt verbaut aber das ist okay so dann holen wir nämlich noch mal einen weiteren mörser ich glaube magier kann ich noch gar nicht machen oder halt auch was magier natürlich kann die kampf zauber machen oh gott wir sind der law of metal deswegen gehen wir auf jeden fall auch wo sind die metal mages ich kann kein metal mage machen na gut mega gibt es eigentlich welche die auch im bonus für schützen oder sowas geben ich guck mal grad schaust auf magische gegenstände führerschaft plus drei mund und psychologie ne priester sind kein metall das ist die lehre des metall das ist eine magische lehre die wir aber hier momentan noch nicht machen wollen ich wusste gar nicht nicht gar nicht mehr dass das imperium so kompliziert ist dann nehme ich diesen diesen die 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 sehr effektiv so farb schutzendes licht ach metall kann im imperium nur geld von gasse der ist aber nach verbessen abend aus beteiligung wir machen wir übers reichende verteidigung rein das hier reißen wir wieder und jetzt haben wir so ein vampir problem ich kann überhaupt nichts dazu sagen die großen chancen sind jetzt schlachten zu gewinnen mit der armee die wir da haben ich bin definitiv der meinung dass das schwierig wird also der ist halt das hauptproblem wir machen bis 14 uhr defkorn ich gehe mal hier in den wald und warte noch eine runde bis dir fertig wäre es jetzt meine idee also nächste gegner wäre auf jeden fall und die scaling macht militärisches bündnis das imperium besteht weiter fort mittenheim schliff fest dass ich bin ich auch magier rekrutieren das hier kommt raus die straße verbessern ja wo das wachsicht das hier braucht auch nicht ja dass die reißen maßgut la villas schon zu da warst müssen über ein markt und dann lasst es sie gut gehen aber nicht übertreibende zinke zinke er danke taue kaut sich schauen wir nachher an genau ich dachte ja nicht auch dass bald das geld halt nur quasi der beste ist also im normalen warme fantasy konnte das imperium alle normalen grundwinde der magie inklusive metall nordland ist auch nicht konfigurieren da gibt es andere nicht konfigurieren sobald das geld ist ein wegelagere geworden wisst ihr wie bald das geld wahrscheinlich ein wegelagere ist er kamt seine armee als ein haufen münzen auf dem boden zuflbar wurde vernünftet ok wir haben jetzt hier ein enormes problem ein enormes problem hat sich hier aufgetan wir müssen uns jetzt hier gegen die untoten stellen mit allem was uns möglich ist es ist uns leider noch nicht sehr viel möglich das ist das problemchen immer noch mal drei schützen mit rein lebens treue alle fraktionen wird um eins erhöht klingt gut der gedanke ist jetzt folgendermaßen ich hau jetzt ihn hier noch weg diese armee ist rein der ist erster mit dem jünger des schlusses respektvoll geil das könnte sogar berechnung ja ich habe den wagen verloren aber ganz im erd der wagen ging mir lange aber sie haben noch der gier ständig kaputt ständig musste der in die werkstatt irgendwann mal will man auch nicht mehr der nation ich bin jetzt ziemlich angeschlagen aber lasst uns gerade eben noch mal einen wertvollen erfahrungspunkt für die imperiale artillerie ausgeben dann bekommt er halt noch lebenspunkte und du gibst uns noch mal einen weiteren und beweglichkeit dann gebe ich dir auch noch mal ein bisschen mehr nahkampf angriff rotwart geht auf die nächste stufe hoch und niedlingen bekommt mehr wachstum und wir ziehen uns jetzt erst nach vortrag zurück bei dieser armee müssen wir regenerieren du kannst jetzt diesen komischen helden da attackieren hier machen wir eine mauer rein hier machen wir noch mehr holz ich würde hier gerne in altdorf die mauer noch mehr verbessern das hier überspringen wir nach wie vor nächste tüff abgelaufen ja ein bisschen schön jetzt aber mein geld ist klasse hat mal einen krieg beendet in den er ein schatz kam einer beteiligten einfach alles zu blei hat werden lassen kein geld kein krieg das stimmt das ist schon ein krasser move auf der anderen seite müsste baltasar doch theoretisch einfach alles mögliche in gold verwandeln können ach gucke mal ganz im ernst wo hat der diese diese armee her seht ihr das woher hat der diese abgedrehte armee her also ich bin cool damit was jetzt hier passiert weil wir werden es gewinnen aber wo hat der diese armee her die sieht ja aus wie ja ok das schaffen wir natürlich wieder nicht mehr wie bestellt naja so hart steht die kai auch nicht die karten schafft erschafft keine armeen aus dem nichts aber ich frage mich halt wieder einmal wo hat er die gepaart dass ich die nicht sehen konnte das ist der teil der mich hier wundert das gemeine ist halt das glatt halt gerade eben geschlagen wurde er war instant wieder da und dann gleich in seiner dream team armee also das beste was man sich halt vor allem level in runde 64 wir sprechen hier von runde 64 die stadt gehört ist mir ich verliere jetzt hier ein reiter das ist mir egal meins so ihr untoten und jetzt kommt ihr zu den provincien sigmarite archlektur du ziehst du dich doch mal hin zurück wir brauchen ernsthaft ich brauche das halt doch wenn ich ein bisschen nahe kämpfer haben will also 34 wir brauchen ein bisschen mehr kavallerie kavallerie ist jetzt auch schwierig geworden okay aber leute über all das machen wir uns im neuen jahr gedanken ne ich bin dann morgen nochmal um 14 uhr live mit warmer 40.000 rogue trader ich freue mich drauf ich hoffe ihr auch auf youtube geht es natürlich weiter vor allem auf mr merb ansonsten gönne ich mir jetzt bis anfang januar also ich werde wahrscheinlich irgendwann mal in der ersten januar woche wieder live gehen einfach einen kleinen urlaub einen stream urlaub und ich werde auch versuchen so wenig wie möglich in dieser weihnachts und silvesterzeit zu arbeiten einfach damit ich endgültig mal so richtig runterfahre den verstand ihr wisst was ich meine euch einen schönen tag noch schönes wochenende falls wir uns morgen nicht mehr hören oder sehen und ja im zweifelsfall einen guten rutsch falls wir uns gar nicht mehr sehen frohe weihnachten oder bis morgen je nachdem danke fürs zuschauen und ich schick da mal ja ah das für tür haben wir leider nicht mehr machen können ich gebe dir die punkte einfach wieder zurück lieber tür nochmal dankeschön an alle die gesappt haben die sich am chat beteiligt haben danke für alles freunde und ich schicke euch heute mal zum lieben johnny grüßt mal den johnny von mir macht's gut ich wundere mich dass er heute online ist ist der samstags häufiger online egal grüßt den johnny von mir bei 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 Untertitelung des ZDF, 2020